Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Wie weit wir auch zurückdenken, schon immer haben die Menschen den Himmel beobachtet und versucht, seine Erscheinungen zu deuten. Bereits in der Antike, als Astronomie und Philosophie noch untrennbar verbunden waren, genoss die Astronomie höchstes Ansehen. Aus ihrer anfänglichen Aufgabe, die Körper des Himmels zu benennen und durch der Mythologie verhaftete Sternbilder Ordnung in das scheinbare Chaos am Firmament zu bringen, hat sich die Astronomie zu einer umfassenden Wissenschaft erhoben, die mit rationalen Methoden die Natur des Universums hinterfragt. Wer in letzter Zeit öfter mal eine Zeitung zur Hand genommen hat, dem ist nicht verborgen geblieben, dass das Interesse an der Astronomie stetig wächst. Mittlerweile gibt es eine Fülle an populärwissenschaftlicher Literatur, anhand der sich der interessierte Laie über die Prozesse im Kosmos und seine vielfältigen Strukturen informieren kann. Doch lesen ist die eine Sache. Die andere, die vielleicht unmittelbarere, die eingängigere Art, sich über die Dinge zu informieren, ist die, den Ausführungen eines Fachmanns zu lauschen. In diesem Sinne will auch dieses Hörbuch »Kosmologie für Fußgänger« verstanden sein. Denn hier versuchen zwei Wissenschaftler der Universitätssternwarte München in einem Gespräch, das auch einen Fußgänger auf dem Gebiet der Astronomie nicht verschreckt, die Zusammenhänge im Universum ohne Formelballast und Fachchinesisch zu erklären. Natürlich können nicht alle astronomischen Themen zur Sprache kommen. Nach Ansicht der beiden Astronomen sind jedoch einige Fragen zum Urknall, dem sogenannten Big Bang, zu Raum und Zeit und zur räumlichen Struktur unseres Universums besonders interessant. Auch über unseren nächsten Nachbarn, den Mond, gibt es eine Menge zu erzählen. Wie ist er entstanden? Was weiß man über Ebbe und Flut? Und welche Bedeutung hat dieser Erdtrabant für das Leben auf der Erde? Was bei diesen Gesprächen herauskommt, kann man völlig entspannt genießen. Und dass auch Astronomen des Öfteren zugeben müssen, dass das Universum nicht nur dem Laien, sondern auch den Fachleuten eine Menge Rätsel aufgibt, mag manchen Hörer über einige Wissenslücken hinwegtrösten. Das Universum wird nicht erzeugt, denn es hat kein anderes Sein, welches es er sehen oder erwarten könnte. Hat es doch selber alles Sein. Es vergeht nicht. Denn es gibt nichts anderes, worin es sich hätte verwandeln können. Es ist doch selber alles. Diese Sätze von Giordano Bruno mögen ein bisschen veranschaulichen, worum es hier geht. Es geht nämlich um den gesamten Kosmos. Und der Kosmos, das gesamte Universum, wird von der gesamten Kosmologie beschrieben. Es geht also um den ganzen Kosmos. Die Kosmologie widmet sich einem Themenkreis, der auch unter Fachleuten wahrlich nicht als einfach oder gar leicht verständlich gilt. Ohne Einsteins spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, ohne Quantenmechanik und ohne einen gewaltigen Formelapparat kann man auf diesem Gebiet keine ernsthafte Wissenschaft betreiben. Insbesondere auf den ersten Blick so einfach erscheinende Wörter wie Raum, Zeit, Vakuum oder Materie entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als teilweise schwer verdauliche Begriffe, hinter denen sich Aussagen verstecken, die unser Vorstellungsvermögen oft völlig überfordern. Auch die Bandbreite der Größen, der Massen, der Entfernungen und der Zeiten, die im Rahmen der kosmologischen Ereignisse von Bedeutung sind, reicht von unvorstellbar klein bis unvorstellbar groß. Damit sich gewisse Prozesse verstehen lassen, müssen manchmal sogar Dinge postuliert werden, über deren Wesen sich nicht mal die Kosmologen ganz im Klaren sind. Ein Beispiel ist die sogenannte dunkle Materie. Ohne die die Strukturbildung im frühen Universum nicht zu erklären ist. Was sich aber hinter der dunklen Materie verbirgt, aus welchen Teilchen sie sich zusammensetzt, das weiß zurzeit noch niemand ganz genau. Andererseits ist aber gerade die Kosmologie eine Wissenschaft, von der sich sehr viele Menschen eine Antwort auf wahrlich grundlegende Fragen unserer Existenz erwarten. Wie ist die Welt entstanden? Was war vor der Entstehung des Universums und wie sieht unsere Zukunft aus? Jede dieser Fragen ist so komplex und so schwer zu beantworten, wenn sie denn überhaupt so beantworten ist, dass man damit mehrere Bibliotheken füllen könnte. Angesichts dieser Tatsache scheint es ziemlich vermessen, in dem beschränkten Rahmen einer CD oder eines Buches Kosmologie abhandeln zu wollen. Aber das ist ja gar nicht beabsichtigt. Hier bei uns wird es lediglich darum gehen, auf einige Grundaussagen und Gedanken einzugehen, auf die sich die moderne Kosmologie inzwischen stützt. Also ich würde sagen, das ist sowas wie die Standardfolklore der Kosmologie. Das, was man jedermann mit ruhigem Gewissen erzählen kann und sagen kann, jawohl, da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass es stimmt. Schlagwörter wie Big Bang, Expansion des Universums oder schwarze Löcher, gefräßige Monster gehen ja mittlerweile fast jedem flüssig über die Lippen. Doch nicht immer ist das, was darunter verstanden wird, auch richtig. Es ist wie im richtigen Leben. Also manche Begriffe, die sind so zu Schlagwörtern geworden, dass wirklich kein Mensch mehr versteht, was noch dahinter ist. In diesem Zusammenhang eventuell bestehende Unklarheiten zu beseitigen, beziehungsweise manch schiefe, um nicht zu sagen schräge Vorstellungen vom Universum zurechtzurücken, das soll im Folgenden von uns versucht werden. Wir werden natürlich auf Mathematik verzichten. Gezwungenermaßen. Schade eigentlich. Denn es lohnt sich ein bisschen Mathematik zu beherrschen, um das Universum zu verstehen. Das Interessante ist nämlich, wenn ich hier mal vom Text abweichen darf, das Interessante ist nämlich, dass man tatsächlich die Welt verstehen kann. Das ist die Erfolgsgeschichte der Naturwissenschaft schlechthin. Das haben ja die Griechen schon herausgefunden. Die haben sich damit beschäftigt, dass man die Welt überhaupt verstehen kann. Die haben das nicht nur so hingenommen, wie es ist, sondern sie haben sich versucht, damit reinzuvertiefen und die Naturgesetze zu erforschen. Und dass es eigentlich eine verständliche Sache sein muss, das Ganze. Dass man das nicht nur so hinnehmen muss, sondern dass da was dahintersteckt, wo der menschliche Geist das eigentlich packen kann. Wobei das wirklich zum allerersten Mal von den Griechen so gedacht hat. Das war die erste. Alles andere. Vorher hatte man Götter. Jetzt auf einmal hieß es, hör mal, wenn du deinen eigenen gesunden Menschenverstand benutzt, dann kannst du die Welt verstehen. Du kannst sogar so weit gehen, dass du den Kosmos verstehst, die Dinge am Himmel. Also, das nur am Rande bemerkt. Also gut, wir werden also auf Mathematik verzichten. Das Allgemeinverständliche wird den Vorrang haben gegenüber den exakten Wissenschaften. Wir werden versuchen, mit einfachen Worten komplizierte Dinge auszudrücken. Mal gucken. In Analogie dazu könnte man Literatur, die die Kosmologie tiefschürfender, umfassender und unter Zuhilfenahme des mathematischen Rüstzeugs behandelt, vielleicht als Kosmologie für Autofahrer bezeichnen, im Gegensatz zu unserer Kosmologie für Fußgänger. Aber dazu kommen wir später noch. Tja, jetzt haben wir Ihnen ja schon ein bisschen die Zunge lang gemacht, sozusagen. Und jetzt sollten wir mal versuchen, uns mit dem Thema im Einzelnen etwas zu beschäftigen. Und zwar vielleicht zunächst mit der Erschaffung des Universums. Da haben sich ja schon viele Leute darüber Gedanken gemacht. Und die ersten waren vielleicht die griechischen Philosophen. Und der Philosoph Parmenides, der etwa 500 Jahre vor Christus gelebt hatte, hat mal gesagt, das Sein hat keinen Anfang und kein Ende. Mit anderen Worten, für ihn gab es eigentlich gar keine Schöpfung. Und das Universum war unveränderlich und es sollte unendlich alt sein. Aber auch Aristoteles war der gleichen Meinung. Für ihn bestand die Welt schon seit ewigen Zeiten. Sie war einfach immer da. Und wenn man sich diese Ansicht zu eigen macht, so muss man sich ein Universum vorstellen, das schon immer bestand, das für alle Zeiten existieren wird und das sich weder entwickelt noch verändert. Und das heißt eigentlich, alles, was wir vorfinden im Universum, die Planeten, die Sterne, die riesigen Galaxien, die sind einfach da, eben weil sie da sind. Alles läuft in geregelten Bahnen, nichts gerät aus der Reihe, nichts kommt hinzu und es vergeht auch nichts. Wie bei einer Uhr, die nie aufgezogen werden muss und bei der es immer wieder zwölf Uhr wird, wiederholen sich alle Zustände in diesem Universum in regelmäßigen Abständen. Einem solchen Verständnis vom Universum konnten sich natürlich die christlichen Regionen nicht anschließen. Nach deren Glaubensgrundsätzen wurde ja die Welt durch eine Kraft, durch einen Gott, der außerhalb unseres Begreifens liegt, aus dem Nichts erschaffen und sie wird vielleicht am jüngsten Tag auch wieder untergehen. Außerdem, wenn alles zyklisch wiederkehrt, dann gibt es keinen Platz für das Eingreifen eines lenkenden Gottes und den Ablauf des Weltgeschehens. Wenn man jedoch von einem erschaffenden und steuernden Schöpfer überzeugt ist, von einem Demiurgen im Sinne Platons, so hat das einfach zur Folge, dass das Universum einen Anfang gehabt haben muss und dass es eine Entwicklung durchmacht. Nun, auch die moderne Kosmologie kann sich nicht mit diesen Regeln einverstanden erklären, vorausgesetzt man räumt ihr die Freiheit ein, die Entwicklung des Universums als eine Folge des Wirkens von Naturgesetzen zu betrachten. Wer da jetzt den Startschuss zur Entstehung des Universums abgefeuert hat oder ob sich der Schuss gar ganz alleine gelöst hat, das ist für die Kosmologie eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, was danach geschah, wie die Entwicklung ablief, die zu einem Universum geführt hat, so wie wir es heute vorfinden und welche Rolle die Naturgesetze dabei gespielt haben. Der Ursprung der Naturgesetze, der wird eigentlich nicht hinterfragt. Ob sie ein Teil einer göttlichen Ordnung sind oder ob sie mit der Entstehung des Kosmos zufällig in der uns bekannten Form in die Welt gekommen sind, das ändert nichts an ihrem Wirken. Von Bedeutung ist, dass sie wirken und vor allen Dingen, wie sie wirken. Jetzt muss ich aber doch mal was dazwischen fragen. Ich meine, das ist ja ganz nett, also ein Universum als immer und ewig anzunehmen, das kann es doch eigentlich nicht sein. Selbst solche Leute wie der Aristoteles müssen sich doch so Fragen gestellt haben wie, es gab etwas davor, es gab etwas davor, was war vor dem davor, was war der Anfang, wie soll ich sagen, der Anfang von Ewigkeit. Ich meine, einfach zu sagen, die Welt ist so, wie sie ist, sie war schon immer so, sie wird immer so sein, das muss doch für diese tiefen Denker ein Riesenproblem gewesen sein. Aber wenn ich dann höre, dass wir jetzt hier sagen, ja, wir haben einen Startschuss gehabt und wer jetzt nun der Schießer gewesen ist, der den Startschuss losgelassen hat, sozusagen auf die Plätze, fertig, los, da können wir auch wieder nichts zu sagen. Sind wir nicht heute in der gleichen Situation wie die armen Griechen, die das ganze Universum... Eigentlich schon, aber die Griechen hatten natürlich auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Für die war alles begrenzt. Vor allen Dingen, du musst dir berücksichtigen, damals war es ja noch so, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, wie groß die Welt insgesamt ist. Die waren also auf relativ kleine Dimensionen beschränkt. Und alles, was sich da draußen abspielte, das war das Werk von Göttern. Und heute ist man dann schon so weit, dass man in der Lage ist, sozusagen aus unserer Welt hinaus zu sehen, einen viel größeren Blickwinkel hat. Und die Naturgesetze, von denen haben wir ja mittlerweile viel mehr erfahren. Da wissen wir ja, wie sich die einigermaßen abspielen, was die Naturgesetze bewirken. Und das, glaube ich, ist schon der Grund dafür, dass man einen ganz anderen Blickwinkel hat und weil man etwas immer wieder überprüfen kann. Und das hatten die Griechen ja eigentlich noch nicht getan. Sondern die hatten nicht so unbedingt Experimente ausgeführt, sondern die hatten das, was sich so tut, als das Wirken von übernatürlichen Kräften akzeptiert. Aber heute schaut man eben dahinter. Heute versucht man etwas immer wieder auszuführen und schaut, tut sich denn wirklich immer wieder das Gleiche? Und wenn das der Fall ist, dann, glaube ich, kommt man in eine ganz andere Situation, und gibt einen anderen Blickwinkel dafür. Das klingt nicht wirklich überzeugend. Und zwar deswegen nicht, weil es hat nur einen Startschuss für ein Universum gegeben. Das, was du sagst, das gilt für Eigenschaften innerhalb des Universums, für die Innenarchitektur. Ein Stern entsteht, es entstehen viele Sterne, es entstehen viele Galaxien, alles wunderbar. Aber das Universum ist genau ein einziges Mal entstanden. Das heißt, für das Universum selber kann ich so ein naturwissenschaftliches Argument gar nicht bringen. Ich habe ja nur ein Universum. Und außerdem das Argument, die Griechen haben damals noch nicht so viel gewusst über die Welt. Der Mensch war damals im Mittel auch so 1,60 bis 1,80. Das ist er heute auch noch. Von der Größe her gesehen. Von der Größe her. Natürlich können wir heute in 24 Stunden einmal rund um den Globus fliegen, aber im Vergleich zum Universum sind das Winzigkeiten. Ob der Grieche nun damals von Athen nach Sparta reisen konnte und was für ihn das Universum war im Wesentlichen Griechenland. Und heute, ich meine, wir können noch so weit fliegen. Es ist immer nichts im Vergleich zu diesem riesengroßen Universum. Und ich frage mich einfach nur, wenn die Naturphilosophen vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt haben, tja, die Welt, das Ganze ist ein Rätsel, wir wissen nicht so genau, wie es zustande kommt und wir machen mal die Annahme, es ist unveränderlich und unendlich alt, dann können wir heute dem entgegenhalten, nee, nee, so kann es nicht gewesen sein. Wir werden ja jetzt darüber noch viel mehr hören, wie es angefangen hat. Aber das Merkwürdige ist, dass wir über den Ursprung des Anfangs, nämlich das, was eigentlich dafür gesorgt hat, dass es einen Anfang gegeben hat, heute genauso wenig sagen können wie die griechischen Philosophen. Im Prinzip ist das richtig. Also es gibt eine Menge Theorien, die den Urknall hinterfragen. Aber ob diese Theorien letztendlich richtig sind, das ist eine andere Frage. Genau, das können wir eigentlich nie wissen. Weil wir nämlich das nicht machen können, wovon du gerade gesprochen hast, wir können keine Experimente machen, außerhalb des Universums. Ja, wir sind selbst das Universum. Wir stecken mittendrin. Und wir können es nicht von außen betrachten. Wir haben nur ein einziges, nicht? Also was weiß man über den Urknall? Und dann fragen sich eben die Leute, was weiß man denn überhaupt in dem Urknall? Gibt es da irgendwelche Theorien und so? Auf geht's. Und dass das Universum in einem Urknall, dem sogenannten Big Bang, in einer etwa 10 bis 20 Milliarden Jahre zurückliegenden Explosion entstanden ist, das wird heute eigentlich von fast keinem Kosmologen mehr angezweifelt. Was die im Universum vorhandene Materie betrifft, so nimmt man allerdings an, dass sie von Anbeginn gegeben war. Natürlich muss der Zustand der Materie ein völlig anderer gewesen sein. Sehr wahrscheinlich war es eine Form von Energie. Aber die Materie war in ihrer Gesamtheit eigentlich bereits vorhanden. Diese Vorstellung ist aber eine wesentliche Grundlage der klassischen Theorie des Urknalls. Diese Theorie beschreibt die Entwicklung des Universums im Zeitraum von Bruchteilen der ersten Sekunde nach dem Urknall bis heute. Aber sie versucht eigentlich nicht zu erklären, was beim Urknall selbst geschah, beziehungsweise wie und warum es überhaupt geknallt hat. Natürlich möchten die Kosmologen gerne wissen, was im Augenblick des Knalls passiert ist, wie zu diesem Zeitpunkt das Universum aussah. Doch das ist uns zur Zeit einfach noch nicht möglich. Das ist ein unlösbares Problem. Denn die Natur erlaubt es uns einfach nicht, beim Geburtsvorgang zuzusehen. Mit unseren Teleskopen können wir Objekte in schier unermesslicher Distanz zur Erde aufspüren, Millionen von Lichtjahren entfernt. Das ist im Prinzip gleichbedeutend mit einem Blick in die Vergangenheit. Denn das Licht, das wir von einem weit entfernten Objekt empfangen, hat ja Millionen von Jahren gebraucht, um von dort zu uns zu kommen. Daher sehen wir die Quelle des Lichts, zum Beispiel einen Stern so, wie er vor Millionen von Jahren ausgesehen hat. Ob es den Stern aber heute noch gibt, darüber wissen wir allerdings nichts. Darüber müssen wir kurz reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass wir wirklich, was immer wir am Himmel sehen, ist schon lange vorbei. Das ist passiert. Selbst der Mond, der Mond, den wir sehen, ist nur, der ist der Mond von vor einer Sekunde. Die Sonne, die wir sehen. Ein schönes Beispiel, wie du gerade sagst, ist die Sonne. Das Licht von der Sonne braucht zu uns ungefähr acht Minuten. Wenn man jetzt im Augenblick die Sonne ausknipsen könnte, dann würden wir davon gar nichts mitkriegen. Sondern es würde acht Minuten dauern, bis wir das überhaupt feststellen. Und während dieser acht Minuten ist die Sonne eigentlich schon tot. Ja, also das heißt Astronomie, beobachtende Astronomie ist wirklich Archäologie. Also, wie soll man sagen, Strahlungsarchäologie. Wir kriegen Strahlung irgendwo von irgendwo her, weil es in diesem Universum, wie in jedem anderen Universum wahrscheinlich auch, egal welchem, es gibt eine Maximalgeschwindigkeit, mit der sich Information ausbreitet. In diesem Universum, in unserem, sind es eben die berühmten, knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde und dann kann die Information nicht schneller. Das Einzige, was sich im Universum schneller ausbreitet als Licht mit Lichtgeschwindigkeit, sind schlechte Nachrichten. Sonst nichts. Weißt du, was mich an dieser ganzen Geschichte so unheimlich fasziniert, wenn ich zum Beispiel nachts an den Himmel schaue und mir die Sterne ansehe, dann wird mir eigentlich bewusst, dass ich nicht nur in die Vergangenheit schaue, sondern dass ich in unterschiedliche Vergangenheiten gleichzeitig schaue. Denn alle Sterne haben ja unterschiedliche Entfernungen zu uns. Der eine ist vielleicht zwei Millionen und der andere hundert Millionen Lichtjahre weit weg. Das heißt, das Licht von einem braucht zwei Millionen Jahre und das andere braucht hundert Millionen Jahre, bis es zu uns kommt. Wir sehen also den einen Stern in einer Zeit vor hundert Millionen Jahren und den anderen in einer Zeit vor zweihundert Millionen Jahren. Aber zur gleichen Zeit, wir sehen praktisch zur gleichen Zeit in unterschiedliche Vergangenheiten. Und das ist doch faszinierend, wenn du dir das vorstellst. Wie so verschiedene Zwiebelschalen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb einem manchmal beim Anblick des Himmels die Tränen in die Augen steigen. Pass nochmal auf, das geht noch weiter. Wenn wir mit unseren Teleskopen eigentlich dann so weit in die Vergangenheit zurückblicken können, dann muss man sich natürlich fragen, wieso können wir nicht bis zum Anfang des Universums zurückschauen? Wie schon gesagt, die Natur, die erlaubt es uns einfach nicht. Denn 400.000 Jahre vor diesem Zeitpunkt ist einfach Schluss. Und jetzt fragst du natürlich, warum? Nun, das Licht besteht aus Photonen, die auf dem kürzesten Weg von der Quelle zum Empfänger fliegen. In den ersten 400.000 Jahren nach dem Urknall konnten sich diese Photonen aber nicht ungestört ausbreiten. Ständig wurden sie von den damals sehr zahlreich vorhandenen Elektronen einfach so hin und her geschubst. Die Quelle, von der die Photonen ausgingen, die wurde dadurch verzerrt und verwaschen, so wie beispielsweise die Kontur eines Autos im Nebel. Es ist einfach nichts zu erkennen. Erst 400.000 Jahre nach diesem Urknall wurden die Elektronen von den Protonen eingefangen und das Universum wurde durchsichtig. Die Natur hat also im gewissen Sinne eine optische Mauer um den Abstand von 400.000 Jahren um den Kreißsaal unseres Universums gelegt, die wir mit unseren Teleskopen einfach nicht durchdrungen können. Warum war denn das auf einmal, warum war denn das nach 300.000 Jahren überhaupt möglich, dass das Universum wirklich durchsichtig wurde? Wieso haben die Protonen die Elektronen nicht schon vorher? Ja, hätten sie vorher gekonnt, aber da spielt die Temperatur eine Rolle. Das Universum, da kommen wir ja noch drauf, hat sich ja ausgedehnt und dadurch, dass es sich ausgedehnt hat, ist es kälter geworden. Und bei sehr hohen Temperaturen haben die Photonen eben so viel Energie, dass sie zwischen die Elektronen und die Atomkerne fahren können und sozusagen die Elektronen von den Atomkernen immer noch trennen können. Wenn das Universum kälter wird, dann werden auch die Photonen schwächer und dann haben die nicht mehr die Kraft. Und das war eben der Fall ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall. Sag mal, Entschuldige, wenn ich uns da korrigiere sozusagen, es müsste doch eigentlich heißen, dass die Photonen die Elektronen hin und her geschubst haben. Denn es gab wahnsinnig viele Photonen, die Photonen haben eine hohe Energie gehabt und die haben die Elektronen hin und her geschubst und sobald sich Protonen und Photonen und Elektronen, Protonen und Elektronen, das sind schöne Worte, Protonen und Elektronen, positiv geladene Protonen und negativ geladene Elektronen, sobald sich also da so ein paar Teilchen zusammengetan hatten, um sich zu verklumpen oder was auch immer, schon kamen die Photonen dazwischen und schlugen die Elektronen weg. Die haben also Impuls übertragen und so ein Proton merkt natürlich sofort, Mensch, das Elektron ist weg. Ist weg, jetzt bin ich allein. Allein im Universum, ich muss hinterher. Also das ist schon, das ist schon ganz wichtig, glaube ich, weil da werden wir noch drüber reden, wenn es darum geht, was für eine Rolle eine merkwürdige Form von Materie im Universum spielt bei der Entstehung von Strukturen. Denn wenn es so wahnsinnig heiß gewesen ist, wie wir jetzt momentan ja noch behaupten und der Zuhörer weiß ja noch gar nicht, ob das auch tatsächlich stimmt, aber wir können Ihnen ja schon mal versichern, dass es stimmt, dann ist ja auch nicht möglich gewesen, dass es zu irgendeiner Form von Galaxienbildung in den ersten 300.000 Jahren gekommen ist. Das Gas hat überhaupt keine Chance, nichts, gar nichts. Also das normale... Es muss erst was passieren, damit das Gas überhaupt zu sich selbst finden kann. Zu sich selbst finden kann, genau. Also darüber muss ich schon mal darauf hinweisen, Sie, die Sie da zuhören, sie bestehen ja aus Elektronen, Protonen und Neutronen. Das sind ja quasi eine Kohlenstoffeinheit, bestehend aus 10 hoch 28 Quarks und Elektronen und Sie, die Sie da sind, Sie wären nicht da, wenn es nicht eine Form von Materie, also ich will Ihnen nicht vorgreifen, aber ich will Ihnen das schon mal sagen, wenn es nicht eine Form von Materie gäbe, die völlig anders ist, als das Zeug, aus dem wir bestehen und Sie auch, Sie ja auch und auch das Medium, auf dem Sie das jetzt hören. Das ist also schon sehr merkwürdig und ich muss aber hier noch mal einhaken, Jan, wir haben ja die Frage oft und immer öfter, wo war der Urknall und jetzt haben wir also festgestellt, wir können ihn nicht sehen, den Urknall, aber könnten wir ihn sehen, wenn wir, ich meine, wenn jetzt diese Lichtschranke, von der hier die Rede war, gesprochen hat, wenn die nicht da wäre, könnten wir den Urknall sehen? Ich glaube nicht, denn im Urknall hat ja das absolute Chaos geherrscht. Da war ja keine Information möglich, da war ja alles so heiß, da konnte man überhaupt nichts erkennen, da gibt es keine Möglichkeit im Prinzip den Urknall zu erkennen, da gab es ja gar nichts, was man erkennen konnte, da gab es ja weder Raum, da gab es ja weder Zeit, da gab es ja gar nichts, denn mit dem Urknall ist ja eigentlich alles erst entstanden, aber da kommen wir noch drauf, aber zum Beispiel, wenn du jetzt denkst, wenn ich etwas erkennen will, dann muss ja etwas da sein, wenn nichts da ist, wie will ich etwas erkennen? Mit dem Urknall ist ja alles erst entstanden, vorher war ja nichts, wir können uns das nur nicht vorstellen, das ist das große Problem, aber mit dem Urknall ist ja alles erst passiert, da hat sich die Zeit entwickelt, da hat sich der Raum entwickelt, das Universum ist selbst Raum, der mit dem Universum entsteht, in dem sich das Universum ausdehnt, aber vorher gab es keinen Raum, vorher gab es auch kein Universum, das Universum hat sich den Raum mit seiner Entstehung erst selbst gemacht, und das ist das Entscheidende, und wo nichts ist, was willst du da erkennen? Ich will ja Folgendes raus, wenn ich mich einmal um 360 Grad drehe, und ich schaue im Universum einfach mal um mich rum, dann ist es ja heutzutage so, dass die Strahlung, von der hier gerade die Rede gewesen ist, diese sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, die kommt ja aus allen Richtungen gleichmäßig, mal abgesehen von winzigen, ganz winzigen Schwankungen, das heißt, wo immer ich hin und her gucke, und das ist das Phänomen, das mit dem Urknall zusammenhängt, wir behaupten ja, dass diese Strahlung eben sozusagen der Rest vom Urknall ist, das heißt, egal, wo die Lichtschranke ist, wir würden immer einen Urknall wahrnehmen, als etwas, was um uns herum in 360 Grad, wie, ja, egal, in welche Kugelrichtung, oder in welche Richtung der Kugel wir schauen, wir würden niemals einen Urknall finden, weil irgendwann würden wir immer vor so einer Lichtschranke drehen, spätestens dann, wenn wir Temperaturen erreichen würden, wo die Matthäse sich auflöst, Das ist das Problem der Möstechnologie. Momentan haben wir einfach gar keine Geräte, um so weit zurückzuschauen. Wir können momentan Photonen wunderbar detektieren in Form von Teleskopen und mit CCD-Kameras geht das ja wunderbar, aber die Photonen sind auch erst ab einer gewissen Zeit entstanden. Davor gab es andere Formen von Materie, andere Formen von Information. Davor gab es zum Beispiel die Gravitationswellen. Momentan ist man ja dabei, wie du weißt, solche Gravitationsdetektoren zu entwickeln, aber die funktionieren noch nicht. Mit solchen Gravitationsdetektoren könnten wir wahrscheinlich viel, viel näher an den Urknall herankommen. Aber nur herankommen. Wir würden wieder vor so einem Problem stehen, vor so einer Wand. Irgendwann gibt es wieder eine Wand und einmal ist die Wand sozusagen undurchdringbar. Endgültig. Da geht es nicht mehr weiter. Also wir müssen uns damit abfinden, wir gehören mit zum Urknall. Das Universum selber war der Urknall und weil wir mittendrin stehen, machen wir mal weiter. Tja, also ich habe ja schon gesagt, sehen können wir eigentlich nichts. Aber vielleicht lässt sich ja irgendwas berechnen? In der Tat können nämlich die Kosmologen mithilfe der Naturgesetze Theorien über den Zustand und das Aussehen des Universums unmittelbar nach der Geburt aufstellen. Doch da fragt sich natürlich, wie aussagekräftig ist eine Theorie? Und vor allen Dingen, was ist denn überhaupt eine Theorie? Also Theorien sind wissenschaftlich begründete Aussagen, mit denen man gewisse Erscheinungen und die, ja ich sag's mal, innen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten gut erklären kann. Eine Theorie darf man jedoch nicht mit der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Sie hat nur so lange Gültigkeit, bis sie durch Beobachtungen oder Experimente oder einen mathematischen Beweis widerlegt wird. Dann muss sie aber sofort durch eine neue, eine bessere Theorie ersetzt werden. Im Rahmen der Kosmologie muss eine Theorie, die die Anfänge des Kosmos beschreiben will, die Prozesse der einzelnen Entwicklungsstufen im Einklang mit den Naturgesetzen so darstellen, dass dabei am Ende ein Universum herauskommt, so wie wir es heute vorfinden. Dass das nicht einfach ist, das kann man sich natürlich leicht vorstellen. Die Theorien, über die die Kosmologie verfügt, sind jedoch nicht in der Lage, die Ereignisse beziehungsweise den Zustand des Universums unmittelbar nach dem Urknall zu beschreiben. Das liegt an einer natürlichen Grenze, die uns der Naturgesetze ziehen und die wir zurzeit noch nicht überschreiten können. Mit Hilfe einiger Naturkonstanten kann man nämlich eine kürzeste Zeit, eine kürzeste Länge und eine kleinste Masse definieren. Alles, was sich jenseits dieser minimalen Größen abspielt, das ist uns einfach unzugänglich. Manche meinen, das ist so, weil jenseits dieser Grenzen die Naturgesetze schlichtweg versagen. Aber richtig ist, dass wir keine Vorstellung davon haben, wie die Naturgesetze auf so kleinen Dimensionen beziehungsweise in so kurzen Zeiträumen wirken. Das größte Problem dabei ist die Gravitation, diese universelle Kraft, mit der sich Maßen gegenseitig anziehen. Wie diese Kraft über große und größte Entfernung wirkt, das wissen wir sehr genau, aber wir haben keinen Schimmer, was über extrem kurze Entfernungen passiert. Solange uns eine Theorie fehlt, welche die Quantentheorie, die Theorie, welche die Vorgänge im Bereich atomarer Dimensionen beschreibt, mit der Gravitation verknüpft, können die Kosmologen auch keine Theorien aufstellen, die Auskunft geben über das Geschehen zum Zeitpunkt des Urknalls. Das heißt jetzt auch nicht, dass man überhaupt keine Vorstellung davon hat, was war und was geschah, aber es sind eben nur sehr ungenaue, vielleicht auch falsche Vorstellungen, sogenannte Hypothesen, unbewiesene Annahmen. Und was die wert sind, das muss sich erst noch zeigen. Das ist ja jetzt, die CD heißt Kosmologie für Fußgänger und jetzt kommen wir an die Quantengravitationstheorie, jetzt sind wir weit vorgestoßen, machen wir doch mal ein bisschen runterholen, hätte ich fast gesagt, den Himmel ein wenig auf die Erde holen. Jeder Mann und jede Frau kann abends die Beobachtung machen, dass das Universum tatsächlich nicht ewig da gewesen sein kann, denn es ist nachts dunkel. Das scheint auf den ersten Blick eine ziemlich blödsinnige Aussage zu sein, nachts ist es natürlich deswegen dunkel, weil die Sonne nicht scheint. Ist ja klar. Die Erde hat sich eben, die eine Seite hat sich weggedreht, der ist nachts dunkel. Was hat denn der dunkle Nachthimmel damit zu tun, wie das Universum sich entwickelt hat? Das ist eine Geschichte, die ins 19. Jahrhundert zurückreicht. da hat der Herr Heinrich Wilhelm Olbers sich schon mal mit der Frage beschäftigt, wieso ist es eigentlich nachts dunkel? Denn zu seiner Zeit und auch noch viele Jahre später bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, dachte man ja, das Universum ist eben ewig, schon immer da, ist beliebig groß und es passiert eben sonst nichts mit dem Universum selber. Schon gar nicht, dass es expandiert, wie sich in der herausstellt, sondern man dachte eben, das ist alles statisch. Und dann fing Olbers an zu überlegen, ja Himmel noch einmal, wenn dieses Universum wirklich unendlich groß ist, dann steht ja praktisch an jedem Punkt des Universums irgendwann ein Stern. Also die Sterne sind ja quasi dann so in der Tiefe gestaffelt, so dicht wie die Bäume in einem Wald. Also wenn man in so einen Wald reinschaut, nach einer Weile sieht man ja auch nichts mehr, außer so einer dunklen Fläche. So müsste das ja auch am Himmel sein. Müsste eigentlich, wo immer man hinguckt, irgendwann müsste man einen Stern erwischen. Wissen wir also, dass die Intensität des Sternenlichts das auf die Erde fällt, aber, und jetzt kommt einmal, tut mir leid, ich kann es nicht ändern, einmal muss ich auch mal Mathematik drankommen. Also nochmal, die Intensität des Sternenlichts, das auf die Erde fällt, egal wo das Sternenlicht hinfällt, aber vor allen Dingen, wenn es auf die Erde fällt, also vor allen Dingen auf unsere Augen, das nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Müssen wir hier ein Rechenbeispiel bringen oder wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, das können wir einfach, das überlasse ich Ihnen. Also es nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Weit entfernte Sterne leuchten also nur noch ganz schwach. aber, jetzt kommt's, andererseits nimmt aber die Anzahl der Sterne, die sich in einer Kugelschale um die Erde befinden, in einem statischen Universum mit dem Quadrat der Entfernung zu, mit dem Radius der Kugelschale zu. Merken Sie was? Das eine nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab und das andere nimmt in gleichem Maße zu mit anderen Worten, es würde sich ausgleichen. Die beiden Effekte heben sich auf. Das bedeutet, in einem unendlichen statischen Universum ist es völlig wurscht, wo Sie hingucken, ist völlig egal, es kommt von allen Seiten immer gleich viel Licht zu uns. Der Himmel müsste also des Nächten in jeder Richtung so hell sein, wie die leuchtende Oberfläche unserer Sonne, denn unsere Sonne ist so ein typischer Otto-Normalstern. Und das hat Olbers gewusst. Olbers wusste schon von diesen quadratischen Abhängigkeiten und das hat ihn stutzig gemacht. Die Frage ist, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus? Was stimmt da nicht? Ja, wir wissen es natürlich heute, Sie wissen es natürlich auch schon längst, das Universum ist eben nicht statisch, sondern es passiert etwas in diesem Universum, es expandiert nämlich und dann ist es auch nicht unendlich, sondern es hat einen Anfang gehabt und mit dieser anfänglichen Expansion, dann scheinen nämlich die Sterne, die sind ja in Sterneninseln, also Galaxien zusammengefasst, diese Sterne scheinen alle vor uns weg zu fliegen, das tun es ja de facto auch, also vor allen Dingen wenn man sehr weit guckt, die sind also schon sehr, Sterne, die am weitesten von uns entfernt sind, müssen natürlich mit den größten Geschwindigkeiten davon fliegen und sie wären nicht so weit gekommen. Wenn sich aber ein Stern von uns weg bewegt, jetzt wird es wieder physikalisch, ich hoffe, sie sind noch da, dann wird sein Licht immer röter, also langwelliger. Röter, also rotes Licht ist langwelliger als blaues Licht, deswegen ist rotes Licht, hat weniger Energie, ich will jetzt diesen Effekt hier nicht zum x-ten Mal tot reiten, das ist die Geschichte mit dem Krankenwagen, alle was ich meine, der berühmte Dopple-Effekt, aber das ist hier kein Dopple-Effekt, es ist nur ein physikalischer Dopple-Effekt, ich will mich nicht drum herumreden, es geht letzten Endes darum, dass das rötere Licht eben immer röter und röter wird und irgendwann sieht man praktisch von dem ganzen Licht dieser Sternen nichts mehr außer einer sehr, sehr roten Strahlung und im Grunde genommen ist das eine Erklärung, aber sie ist nicht wirklich befriedigend, ich finde es ja eine andere und die steht gar nicht im Buch drin, finde ich viel interessanter, Herrschaften, wir wären gar nicht da, wenn der Himmel nicht dunkel wäre, der Himmel, dass der Himmel dunkel ist, hat damit zu tun, dass das Universum expandiert, das heißt, das Universum ist heute wesentlich größer als früher, es ist aber auch wesentlich kälter, weil mit der Expansion die Temperatur des Universums sehr abgenommen hat, das kennt man, wenn man Gas schnell expandiert, dann wird es eben kälter, so funktioniert der Kühlschrank, also das Universum expandiert und dabei ist es immer kälter und kälter geworden und damit ist es auch dunkler geworden, so und jetzt kommt es, dass wir heute einen dunklen Himmel sehen, hat damit zu tun, dass das Universum so groß ist, weil es so groß ist, das heißt, es ist so alt, weil es so alt ist, ist es so kalt und es musste so alt werden, warum? damit die Kohlenstoffatome zum Beispiel und die Phosphoratome und die Eisenatome und die Kalziumatome in Sternen überhaupt in genügender Menge erbrütet werden konnten, damit es überhaupt an irgendeinem Planeten in diesem Universum mal dazu kommen konnte, dass so eine CD aufgenommen wird, damit andere Leute zuhören. Verstehen Sie? Sie bestehen, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt und wir werden das immer und immer wieder ausrollen, wie so ein Teich, dieses Argument, sie bestehen aus Material und dieses Material, zunächst haben wir nur gesagt aus Protonen, Neutronen, Elektronen, nee, nee, sie bestehen ja auch aus Atomen, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor in den Zähnen und so weiter, Jod in der Schilddrüse und so weiter, diese Elemente sind nicht irgendwann entstanden, sondern sie sind in Sternen entstanden, damit es aber ein solches Lebewesen wie Sie und mich und alle anderen uns hier geben kann, muss das Universum genügend Zeit gehabt haben, um die Elemente alle zu erbrüten und deswegen muss ein Universum das alt und groß und kalt ist, das ist das Einzige, was Lebewesen hervorbringen kann und deswegen ist es nachts dunkel, nur deswegen, steht aber alles in dem Buch nicht drin, nun, die Expansion des Universums ist ja später, wann hat er da, der Herr Hubble, Hubble und die Expansion des Universums, der hat es ja nun wirklich gefunden, Edwin Hubble hat 1929 ein für alle Mal für die Menschheit festgestellt, nachdem er viele Galaxien beobachtet hat, dass also das Licht fast aller Galaxien eine Rotverschiebung zeigt. Das Licht der Galaxien wird ins Rote verschoben, es ist also röter, wenn es also von einem angeregten Atom in eine dieser weit entfernten Galaxien emittiert wird, dann ist das Licht dieses Atoms ist eben röter, als wenn sich dieses Atom bei uns auf der Erde im Labor befinden wird. Also wir können, das müssen Sie sich vorstellen, wir können sich das vorstellen, wir haben also ein Atom, wir können dieses Atom dazu anregen, zu leuchten und da wissen wir ganz genau, bei welcher Ruhefrequenz, abgesehen von einigen kleinen Effekten, die diese Linie verschmieren, da wissen wir ganz genau, wo dieses Atom, bei welcher Frequenz dieses Atom emittiert, also strahlt. Wenn man jetzt das Atom, wenn sich das mit großer Geschwindigkeit von uns wegbewegen würde, würde es beschleunigen, dann sehen wir also, wie die Frequenz, die abgestrahlte Frequenz nicht ins Rote bewegt. Und genau das hatte Hubble gesehen. Hubble hat nämlich Galaxien untersucht und fand heraus, tatsächlich, die Galaxien entfernen sich von uns. Jetzt wollte er natürlich auch noch folgendermaßen wissen, er wollte wissen, ob alle untersuchten Galaxien, egal in welcher Entfernung, gleich schnell von uns wegdriften. Rotverschiebung ist ja nicht nur ein Indiz dafür, dass sich etwas von uns wegbewegt, sondern, das ist das Tolle, sondern auch ein Maß dafür, wie schnell es sich bewegt. Je größer die Rotverschiebung, umso größer ist der Unterschied zwischen der Wellenlänge des vom Atoms in der Galaxie ausgesandten Lichts und des Lichts eines gleichen Atoms hier auf der Erde. Also, je größer die Rotverschiebung ist, umso schneller bewegt sich die Galaxie. Mit zunehmender Entfernung, das fand er heraus, mit zunehmender Entfernung fliegen die Galaxien immer schneller von uns weg. Unwahrscheinlich. Also, je weiter die weg sind von uns, umso schneller werden die. Und er fand das berühmte Hubble-Gesetz, oder das hat er natürlich nicht nach Sicht benannt, aber alle anderen nach haben es nach ihm benannt. Es besagt nun, dieses Hubble-Gesetz, die Fluchtgeschwindigkeit von Objekten im Universum wächst proportional zu ihrer Entfernung. Also, je weiter es von uns weg ist, umso schneller ist es. Übrigens, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, wenn es in einer anderen Galaxie einen außerirdischen Hubble gegeben hat, der also zum Beispiel unsere Milchstraße beobachtet hat, dann entfernt sich die Milchstraße von dieser anderen Galaxie in gleicher Weise, wie diese andere Galaxie sich von unserer Milchstraße entfernt. Also nicht, dass Sie jetzt den falschen Eindruck kriegen, dass wir sozusagen die einzigen wären, die die Expansion des Universums feststellen können. Nein, 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 so ist das nicht. Sondern alle Beobachter im Universum sehen alle das Gleiche. Also, einigermaßen. Diese Proportionalität der Fluchtgeschwindigkeit zur Entfernung, die wird durch eine sogenannte, es tut mir leid, ganz ohne Mathematik, jetzt gibt es eben doch nicht, wird durch ein wunderschönes deutsches Wort, ein ganz herrliches deutsches Wort mit viel Os drin, wird durch eine Proportionalitätskonstante dargestellt und diese Proportionalitätskonstante, das ist die Hubble-Konstante. Die Hubble-Konstante hat momentan, Jan, korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede, einen Wert von 75 Kilometer pro Sekunde. Ja, momentan sind es 72 plus minus 5 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Also, ich teile mit, der Wert heute ist 72 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Wow, wissen Sie, was ein Megaparsec ist? Da muss ich auch mal nachgucken. Ein Megaparsec sind 3,26 Millionen Lichtjahre. Also, das ist eine Länge, die zieht sich gegen Ende, das ist schon ganz ordentlich. Also, das heißt, mit anderen Worten, eine Galaxie, die vom Beobachter ein Megaparsec weit entfernt ist, die bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 72 Kilometer pro Sekunde plus minus irgendwas. Also, plus minus 5, sagtest du. Genau. Der enorme Vorteil dieser Beziehung liegt nun darin, dass man nur noch die Rotverschiebung messen muss und dann weiß man sofort, wie weit was entfernt ist. Das ist natürlich toll. Man braucht nichts mehr zu machen, nur noch das Spektrum aufzunehmen und dann weiß man gleich, wie entfernt alles ist. Ja, damit sind wir eigentlich jetzt erstmal, sind wir soweit klar. Das heißt, das Universum breitet sich aus. Der Wahnsinn. Also, wir haben über den Urknall gesprochen, den wir nicht verstehen. Jetzt stellen wir fest, das Universum breitet sich aus. Das Besondere am Hubble-Gesetz ist jetzt, dass sich mit ihm nicht nur, auch ein schönes deutsches Wort, die Fluchtbewegung, als wenn die sich von uns, als wenn die von uns fliehen würden, aber so heißt es nun mal, die Fluchtbewegung einiger bestimmter Galaxien, sondern die aller, und zwar wirklich aller fernen kosmischen Objekte ermitteln lassen, die strahlen. Das ist klar. Also, ich kann nur Strahlung messen, wenn etwas strahlt. Nur dann kann ich die Rotverschiebung messen. Ich hoffe, das ist klar. Also, fangen Sie nicht damit an, sich zu überlegen, es könnte sein, dass alles, was dunkel ist und nicht strahlt, da können wir natürlich auch nicht wissen, wie es sich bewegt. Woher soll man das wissen? Ich hoffe, das ist einigermaßen klar, dass Astronomie vor allen Dingen etwas damit zu tun hat, dass Strahlung, also elektromagnetische Strahlung, hier Licht, zum Beispiel, von uns aufgenommen wird. Wenn etwas nicht strahlt, dann ist es einfach doof. Also, das kriegen wir nicht mit. Da können wir nichts von lernen. Wir können also mit dem Hubble-Gesetz die Entfernungen wahnsinnig weit entfernter Objekte feststellen, weil das ist aus dem Spektrum abzulesen. Man beobachtet also keine zufälligen Bewegungen im Kosmos, sondern eine Expansion des gesamten Universums. Wie soll man sich das vorstellen? Das ist genau das gleiche Problem wie bei einem Urknall wieder, also der Urknall und der Expansion. Als Modell für eine derartige Ausdehnung wird meist ein mit Punkten bemalter Luftballon, können Sie sich jetzt mal von Ihrem geistigen Auge irgendwie vorstellen, ein mit Punkten bemalter Luftballon oder, noch schöner, ein mit Rosinen gefüllter Kuchenteich herangezogen. Bläst man in den Luftballon oder lässt man den Teig aufgehen sozusagen, weil die darin enthaltene Hefe anfängt sich chemisch auszubreiten, dann entfernen sich auf dem Luftballon und in dem Teich, also auf dem Luftballon entfernen sich die Punkte und im Teich natürlich die Rosinen voneinander und zwar umso schneller, können Sie mal ausprobieren, können Sie mal ausprobieren zu Hause, machen Sie es mal, umso schneller, je größer der Abstand zwischen ihnen ist. Ja, dann haben wir es. So sieht es aus. Im Ergebnis scheint ja die Welt jetzt wieder in Ordnung zu sein. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch, man hat uns, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Kopernikus hatte ja damals auch schon mal festgestellt, dass wir nicht im Mittelpunkt der Welt sind, sondern dass unser Planet, die Erde eben auch nur einer von vielen ist, der sich um die Sonne herumdreht und dann stellt sich raus, dass unsere Sonne eben auch kein, nichts Besonderes ist, sondern auch nur ein Stern unter vielen ist, in einer zweitklassigen Galaxie am Rande eines Spiralarms irgendwo um die galaktische Scheibe, in der galaktischen Scheibe sich rumdreht und jetzt hatte der Hubble dann auch noch uns aus dem Mittelpunkt des gesamten Universums rausgeschmissen. Also das ist schon heftig, das sind schon Kränkungen, von einigen Leuten wurden sie jetzt Kränkungen genannt. Also wie dem auch immer sei, das Universum breitet sich tatsächlich aus, das können wir heute mit Sicherheit sagen und das ist natürlich von dieser Ausbreitung, Sie können sich ja richtig vorstellen, wenn sich etwas ausbreitet, dann ist der Mensch ja auch in der Lage zu sagen oder zu denken, ja, dann war es ja früher kleiner. Das muss ja ganz klein gewesen sein und so ist man ja auf die Idee mit dem Urknall gekommen, nur so. Wenn Hubble die Expansion nicht entdeckt hätte, wäre ja kein Mensch irgendwie auf das Urknallmodell gekommen, niemals. Aber die Expansion ist ein klarer Beweis dafür, dass Parmenides und Aristoteles und alle diejenigen, die von einem unendlichen Universum statisch und völlig, das war schon immer so und wird immer so sein, dass sie einfach Unrecht hatten. Ja, jetzt hast du eigentlich unheimlich viel erzählt über die Ausdehnung des Universums, aber im Prinzip muss man sich ja jetzt fragen, ist das auch ein Beweis dafür, dass es den Urknall tatsächlich gegeben hat? Ja, was denn sonst? Du musst doch mal angefangen haben. ich weiß nicht so recht, denn die Kosmologen sind sich ja eigentlich ziemlich sicher, dass es den Urknall gegeben hat und sie argumentieren ja auf gewisse Art und Weise und sie sagen zum Beispiel, wenn sich das Universum ausdehnt, so muss es ja früher auch mal zwangsweise kleiner gewesen sein. Und wenn man jetzt den Lauf der Zeit umkehren könnte, so müsste es sich ja eigentlich wie in einem rückwärtslaufenden Film auch das Universum zurückentwickeln. Anstelle, dass es sich ausdehnt, sollte sich das Universum dann wieder zusammenziehen, das heißt, es sollte eigentlich schrumpfen und der Abstand zwischen den Objekten würde sich dabei mehr und mehr verkleinern und zwar so lange, bis alle Objekte in der fernen Vergangenheit wieder in einem einzigen Punkt zusammentreffen. Und da die weiter entfernten Objekte schneller fliegen als die nahen, kommen sie natürlich alle zur gleichen Zeit am gleichen Punkt an. Was beim Schrumpfen des Universums passiert, das kann man sich vielleicht ganz gut anhand einer Luftpumpe klar machen. Wenn man nämlich die Öffnung der Pumpe mit dem Daumen verschließt und dann den Kolben ein paar Mal kräftig reindrückt und die Luft der Pumpe zusammenpresst, dann wird die Pumpe einfach warm. Und das Gleiche geschieht auch im Prinzip mit unserem Universum. Beim Zusammenschnurren wird es einfach immer heißer. Und dabei lösen sich die Strukturen der Objekte natürlich schrittweise auf. Zunächst zerfallen die Sterne in ihre Atome, dann die Atome in ihre Elementarbausteine, die Protonen, die Neutronen, die Elektronen, dann in Quarks, dann in Neutrinos und in noch viele andere, weit exotischere Teilchen. Sollte man jetzt hier nicht an dieser Stelle den Konjunktiv verwenden? Also das Universum expandiert ja. Ja, natürlich. Wenn es schrumpfte. Das ist die Hypothese, dass wir den Film zurücklaufen lassen können. Wir drehen die Entwicklung einfach um, wir lassen die Zeit zurücklaufen und verfolgen, was passiert denn, wenn alles in die Vergangenheit zurückbetrachtet wird. Dann wird es alles... Stell dir mal vor, jetzt die Zuhörer würden sagen, um Gottes Willen, das Universum schrumpft zurück, dann muss ich eben noch mein Konto leeren. Meine Lebensbesicherung muss ich jetzt kündigen, das Universum schrumpft. Das merkt man ja. Dabei ist es ganz anders. Das Universum expandiert und ich finde immer seltener ein Parkplatz. Das ist das, was mich auch... Das ist das Schwierige, ja genau. Es wird ja immer größer. Und trotzdem finde ich das, was du ja heute schon erfahren hast. Ja, das ist nämlich ein Kreuz. Aber lass uns nochmal zurückgehen in die Vergangenheit. Lass uns das Universum immer kleiner und kleiner werden. Und schließlich ist es dann so klein und so heiß geworden und hat sich auf einen extrem kleinen, unvorstellbar kleinen Punkt zusammengezogen. Wir wissen zwar nicht, wie sich die Materie und die Sterne und die Galaxien, wie die ausgesehen haben, als sie alle auf einen Punkt zusammengepresst werden, aber man kann eigentlich vermuten, dass sie aus einer Form reiner Energie bestanden. Energie, die entsprechend der berühmten einsteinischen Gleichung, und die kennt ja jeder, E ist gleich mc², dass diese Energie gleichbedeutend ist mit der Masse des ursprünglichen Universums. Aber darauf kommt es ja eigentlich gar nicht an. Entscheidend ist, dass am Ende der Rückentwicklung unser Universum unendlich klein und unendlich heiß geworden ist. Und damit sind wir eigentlich genau da angekommen, wo alles seinen Anfang genommen hat, nämlich beim Urknall. Da sind wir wieder da angekommen. Tja. Wir drehen uns hier im Kreis, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das Universum ist ein Kreis. Also es ist auf jeden Fall, offenbar gibt es, sagen wir mal so, um das jetzt mal für einen Moment so ein bisschen zusammenzufassen, wir sind uns in der Kosmologie über eines einig, über was ganz wichtig ist, das Universum expandiert. Wir wollen also keinen Zweifel daran lassen, dass wir Realisten sind und nicht glauben, das Ganze sei nur eine Vorstellung von irgendwelchen kranken Gehirnen, sondern das Universum existiert und das Universum expandiert. Aus der Expansion und der Existenz des Universums ergibt sich zwangsläufig der Gedanke, was wäre, wenn wir das Ganze tatsächlich zusammenlaufen. Also wenn wir den Film einmal vorwärts und dann wieder rückwärts laufen lassen. Was also unter uns gesagt, wenn ich das mal so sagen darf, ja nicht funktioniert, weil das Universum hat ja dadurch, dass es expandiert ist. Wir haben ja keine Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzugehen. Es strahlt ja. Und diese Energie, die in der Strahlung steckt, die kriegst du ja nie wieder zurück. Gibt ja keinen Bank. Aber man darf ja spekulieren. Genau, also wir können immer spekulieren und das Universum wird also immer kleiner und kleiner werden. Naja, wir müssen immer heißer und heißer werden und dann steht man wieder am Anfang und summa summarum können wir doch einfach festzahlen, das Universum expandiert. Wir haben keine Ahnung, wieso es in die Welt gekommen ist, wieso es sich in die Existenz geworfen hat, das Universum. Aber es gibt, glaube ich, überhaupt keine Möglichkeit, aus dem Bild rauszukommen. Das Universum hatte einen Anfang und diesen Anfang nennt man in der Kosmologie Big Bang oder Urknall. Tja, Harald, jetzt gibt es natürlich noch eine ganz handfeste Geschichte, die die Expansion des Universums eigentlich beweisen kann und jetzt spreche ich mal von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Expansion des Universums überhaupt stattgefunden haben kann. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dieser Strahlung um sozusagen eine aus dem Hintergrund aus allen Richtungen auf die Erde fallende Strahlung. Doch was sollte das überhaupt für eine Strahlung sein? Wie wir schon wissen, waren im frühen Universum, also kurz nach dem Urknall, Materiedichte und Temperatur sehr hoch. Beim Urknall entstand aber nicht nur Materie, also im Wesentlichen Wasserstoff und Helium, sondern auch hochenergetische Strahlung, nämlich Licht in Form von Gamma-Quanten. Aufgrund der hohen Energie der Lichtteilchen, also der Photonen, konnte der Wasserstoff und das Helium aber nicht als Atome bestehen, also in Form eines Atomkerns mit einem beziehungsweise zwei Elektronen, die den Kern umkreisen. Denn, du hast es ja vorher schon mal gesagt, die hochenergetischen Photonen, die fuhren eigentlich fortwährend zwischen die Kerne und die trennten die Elektronen und die Atomkerne wieder voneinander. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als Ionisation und er kann nur ablaufen, solange die Energie der Photonen größer ist als die Kraft, die die Elektronen an die Atome fesselt. Kurz nach dem Urknall bestand also der Materie aus Atomkernen und aus freien Elektronen, aus einer Form von Materie, die man auch als Plasma bezeichnet. Nun dehnt sich aber das Universum immer weiter aus, wobei es immer kälter wird. Das bleibt aber nicht ohne Folgen für die Strahlung, denn je größer das Universum wurde, umso mehr wurde auch die Wellenlänge der Strahlung gedehnt. Eine größere Wellenlänge ist aber gleichbedeutend mit einer geringeren Strahlungsenergie. Irgendwann musste also mal der Augenblick kommen, wo die Strahlung nicht mehr ausreichend Energie besaß, um die Elektronen von den Kernen zu trennen beziehungsweise, wie ich schon gesagt habe, die Materie zu ionisieren. Und dieser Fall trat ziemlich genau 400.000 Jahre nach dem Urknall ein, also zu einer Zeit, als das Universum, und das müssen Sie mir jetzt einfach mal glauben, 1100 mal kleiner war als heute und ungefähr 3000 Kelvin heiß. Also das mit den Kelvin, das muss ich jetzt mal ganz kurz erklären. Null Grad Kelvin entspricht dem absoluten Nullpunkt und Null Grad Celsius entsprechen 273 Kelvin. Und Kelvin ist im Prinzip nichts anderes als eine andere Maßeinheit, die die Physiker gebrauchen, weil sie nämlich damit praktisch an den absoluten Nullpunkt herankommen, indem sie sagen, Null Kelvin entspricht dem absoluten Nullpunkt. Und das ist ein bisschen einfacher für die Physiker, als wenn sie die Grad Celsius Skala begrauchen würden. Aber das jetzt nur so nebenbei. Wichtig ist, dass wir jetzt plötzlich von der Wellenlänge des Lichtes sprechen und nicht mehr von Photonen. Aber das soll uns eigentlich nicht irritieren, denn Licht ist ein duales Phänomen, das man sowohl als einen Strom von Teilchen als von Photonen auffassen kann. Also auch als eine elektromagnetische Welle. Einige Vorgänge lassen sich besser im Teilchenbild und die anderen wiederum besser mit der Wellennatur des Lichts erklären. In unserem Fall ist die Energieabnahme der Strahlung durch die Dehnung der Wellenlänge aber verständlicher. Die Temperatur von 3000 Kelvin ist ungefähr die Grenztemperatur, bei der die Energie der Photonen gerade noch groß genug ist, um die Wasserstoffatome zu ionisieren. sinkt die Temperatur aber unter diese Schwelle, so fangen die Protonen die Elektronen ein und binden sie fest an sich. Damit sind die Stolpersteine aus dem Weg geräumt und die Photonen, die vorher von den Elektronen fortwährend hin und her geschubst wurden, können sich jetzt endlich geradlinig ausbreiten. Anders ausgedrückt könnte man sagen, das Universum wird durchsichtig ähnlich, wie zum Beispiel an einem Herbstmorgen der Nebel langsam aufsteigt und die Sonne durchkommt. Und das ist der Moment der Geburt der kosmischen Hintergrundstrahlung. Jetzt können sich die Photonen in alle Richtungen ungestört ausbreiten. Wie schön, die Geburt der kosmischen Hintergrundstrahlung. Man sieht richtig, wie sich das Licht, wie das Universum lichtet. Damals. 400.000 Jahre am Urknall. Montag morgens würde ich fast sagen. Morgens um acht endlich lichtet sich das Universum. Man sieht quasi noch auf nichts, denn 400.000 Jahre am Urknall war ja noch nichts da, außer eben Strahlung und neutralen Wasserstoff und Helium. Genau, und jetzt sind wir wieder bei dieser Strahlung. Wir haben uns ja schon gefragt, was das für eine Strahlung sein soll, die aus allen die Physiker bezeichnen diese Strahlung als Strahlung eines schwarzen Körpers oder kurz gesagt auch als Schmerzkörper Strahlung. Unter einem schwarzen Körper versteht man eine Strahlungsquelle, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht mit ihrer Umgebung befindet, das heißt Quelle und Umgebung haben gleiche Temperatur. Nun muss man natürlich wissen, dass alle Materie Strahlung emittiert. Man kann das am besten an einem heißen Heizkörper oder an einem glühenden Stick Eisen erkennen. Beim glühenden Eisen, da kann man die Strahlung direkt sehen. Das Eisen leuchtet in einem immer hellerem Rot, je heißer das Eisen ist. Das Licht, das von einem Eisen ausgeht, das glüht, liegt im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums, also in einem Bereich, in dem unser Auge empfindlich ist. Das und das sage ich jetzt mal Dampfheizung ausgeht. Das kann man aber nicht sehen. Aber man kann es fühlen. Unsere Hand wird nämlich warm, auch wenn wir den Heizkörper gar nicht direkt berühren, sondern die Hand nur nahe an ihn hin halten. Die Strahlung der Dampfheizung liegt im infraroten Bereich des Elektromagnetens Spektrums. Allgemein gilt also, je höher die Temperatur des strahlenden Körpers, umso kurzwilliger ist die Strahlung beziehungsweise umso energiereicher sind die Photonen, die von dem Körper ausgehen. Die von der Dampfheizung emittierte Strahlung ist demnach langwelliger beziehungsweise die Photonen sind energieärmer als das sichtbare Licht. Die Wellenlänge der emittierten Strahlung hängt also direkt ab von der Temperatur des schwarzen Körpers beziehungsweise der strahlenden Materie. Und jetzt muss ich da kurz was einflechten, was ein idealer schwarzer Körper überhaupt sein soll oder besser gesagt wie man dazu kommt der Strahlung eine Temperatur zuzuweisen denn da die Strahlung ja von dem Körper ausgeht und der Körper eine gewisse Temperatur hat kann man auch sagen die Temperatur die der Körper hat die kann man unmittelbar auf die Strahlung übertragen und somit kann man dann von einer Strahlung Temperatur sprechen die Strahlung die von einem Körper einer bestimmten Temperatur ausgeht hat eben dann eine Strahlung Temperatur die der Temperatur dieses Körpers entspricht also mit anderen Worten der Körper strahlt die Strahlung ab die Umgebung strahlt mit der gleichen Temperatur wie der Körper nach einer Weile wenn alles im thermodynamischen Gleichgewicht ist muss ja alles gleich sein das heißt der Körper nimmt die Strahlung von Umgebung wieder auf er gibt aber die gleiche Strahlung auch wieder ab und nach einer Weile kann man zwischen dem Körper und der Umgebung überhaupt nicht mehr unterscheiden Schwarzkörper Strahlung also das Wort thermodynamisches Gleichgewicht das ist schon sehr schon sehr inhaltsreich das sind nicht nur zwei Worte sondern da geht es wirklich darum dass alles mit allem im Gleichgewicht ist dass es überhaupt keine Unterschiede gibt also das ist der Zustand der größten Langeweile würde ich mal sagen also schlimmer kann es nicht kommen wenn alles im Gleichgewicht passiert nichts mehr da ist Feierabend Ende der Durchsage hätte man fast gesagt ja aber lass uns nochmal zu dem schwarzen Körper zurückkehren ein schwarzer Körper der strahlt ja nicht nur Strahlung einer genau definierten Wellenlänge ab sondern er imitiert ein ganzes Spektrum elektromagnetischer Wellen das die Physiker dann auch als Schwarzkörperspektrum bezeichnen Max Planck der bekannte Physiker war der erste der das in seiner berühmten Strahlungsformel ausdrücken konnte trägt man nämlich die Intensität der emittierten Strahlung gegen die Wellenlänge auf so erhält man eine ganz charakteristische Kurve mit einem Maximum bei einer bestimmten Wellenlänge von dem die Kurve nach kürzeren Wellenlängen steil und nach längeren Wellenlängen flach abfällt je nachdem welche Temperatur der schwärze Körper hat liegt das Maximum der Kurve an einer anderen Stelle bei hohen Temperaturen verschiebt es sich zu kurzen Wellenlängen und bei niedrigen zu langen Wellenlängen die charakteristische Form der Kurve bleibt dabei aber immer erhalten um das gesamte Spektrum eines schwarzen Körpers zu erfassen muss man also nicht nur die Stärke der Strahlung bei einer bestimmten Wellenlänge messen sondern bei vielen Wellenlängen im Bereich und das Maximum ja es haben so einen kleinen Ausflug in die Physik gemacht aber wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen was wir soeben gehört haben dann ist es eigentlich nicht mehr schwer das Wesen der kosmischen Hintergrundstrahlen zu verstehen sie ist im Prinzip nichts anderes als die Strahlung der Materie des frühen Universums die sich wie du schon gesagt hast im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Umwebung befindet mit dem Strahlungsfend des Universums und die sich ungestört von freien Elektronen im Kosmos nach allen Richtungen gleichmäßig ausbreitet 400.000 Jahre nach dem Urknall das haben wir auch schon gehört war das Universum ca. 3000 Kelvin heiß und das Maximum der Strahlung lag demgemäß im Infraroten Bereich des Elektromagnetenspektrums bei der Expansion des Universums nahm aber auch die Wellenlänge zu und zwar direkt proportional zu der nach allen Seiten erfolgenden Ausdehnung und das entspricht dann der Strahlung eines entsprechend kälteren schwarzen Körpers dass sich der Kosmos jetzt im Zeitraum von 400.000 Jahren nach dem Urknall bis heute etwa um den Faktor 1100 ausgedehnt hat ist natürlich auch die Strahlung Temperatur um den gleichen Faktor kleiner geworden folglich muss sich auch die charakteristische Kurve der Schwarzkörper Strahlung nach längeren Wellenlängen verschoben haben Das Strahlungsmaximum sollte demnach heute im Bereich der kurzwelligen Radiostrahlung bei etwa 2 Millimetern liegen Wenn es also einen Urknall gegeben hat und das Universum in seiner Frühzeit sehr heiß war so müsste man gegenwärtig aus allen Richtungen des Kosmos eine gleich starke Strahlung empfangen können die der Strahlung eines circa 3 Grad über den absoluten Nullpunkt warmen schwarzen Körpers entspricht und das war die wesentliche Vorhersage des Urknallmodells Also die theoretischen Physiker haben sich natürlich von der Expansion des Universums nicht ins Box horn jagen lassen natürlich ist die Expansion des Universums eine wichtige Erkenntnis aber die Frage war natürlich Moment wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte dass das Universum früher viel 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 heißer gewesen ist dann hätte man tatsächlich beobachten müssen dass es heute wesentlich kälter ist also mit anderen Worten wenn die Vorstellung wie wir wenn ich das Gas auseinanderziehe dann wird es kälter dann muss diese Strahlung empfangbar sein wir haben es also hier mit einer Theorie zu tun die nicht nur sich an der Erkenntnis orientiert das Universum expandiert und jeder Fußgänger weiß wenn was sich ausgedehnt hat dann wird es irgendwann mal in viel kleineren Volumen zusammen gewesen sein sondern hier haben es mit einer Theorie zu tun die eine klare Vorhersage gemacht aus dem physikalischen Eigenschaften eines expandierenden Gases macht diese Theorie die Vorhersage dass dann wenn das Universum tatsächlich einen Anfang gehabt haben soll dann muss es angefüllt sein mit einer Strahlung und diese Strahlung ist nicht irgendeine Strahlung sondern sie ist Schwarzkörper Strahlung Strahlung die zeigt es ist thermodynamisches Gleichgewicht vorhanden genau und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt du hast gesagt eine Vorhersage wurde gemacht es muss so sein dass man eben jetzt aus allen Richtungen des Kosmos eine Strahlung empfangen kann die einem 3 Grad warmen schwarzen Körper entspricht und jetzt fragt sich natürlich ist die Vorhersage auch in irgendeiner Weise bestätigt worden und in der Tat sie ist bestätigt worden denn Penzias und Wilsons von den Bell Telefon Laboratories in Crawford Hill haben eine aus allen Richtungen einfallende Strahlung entdeckt die zu dieser Schwarzkörper Strahlung passen könnte weitere Untersuchungen und genauere Messungen in unterschiedliche Gruppen sind dann in den Jahren bis 1980 durchgeführt worden und die haben schrittweise immer mehr Messpunkte ergeben die zu diesem Schwarzkörperspektrum von 2,7 Kelvin passen könnte und im November 1989 startete dann die NASA den Satelliten COBE das heißt übersetzt Cosmic Background Explorer und mit ihm konnte man erstmals unbeeinflusst durch die irdische Atmosphäre das Spektrum der Hintergrundstrahlung aufzeichnen zwei Monate nachdem COBE gestartet war hat dann das COBE Team das Ergebnis vorgelegt und die Daten stimmten exakt mit der eines Schwarzkörpers von einer Temperatur von 2,7 Kelvin überein und damit war die Expansion des Universums bewiesen und die Urknalltheorie war eigentlich nicht mehr zu widerlegen das heißt mit anderen Worten wenn heutzutage wieder mal in irgendwelchen Gazetten die man hierzulande Zeitung nennt steht der Urknall sei in der Krise oder was auch immer da kann ich nur laut lachen denn an der Hintergrundstrahlung lässt sich nicht mehr deuteln seit 1989 COBE war der erste inzwischen sind etliche Missionen geflogen worden beziehungsweise mit Ballon Experimenten ist die Hintergrundstrahlung genauer und immer genauer ausgemessen worden dieses Universum ist wirklich in einer ungeheuren Art und Weise mit sich im Gleichgewicht das ist das ist einem schon fast graus denn wenn etwas so wahnsinnig gut im Gleichgewicht ist dann fragt man sich ja wieso sind wir dann eigentlich hier wie konnte es dazu kommen dass es überhaupt irgendeine Art von Strukturbildung gibt Galaxien Sterne und so weiter denn Gleichgewicht heißt ja wirklich tut sich nichts Gleichgewicht da tut sich überhaupt nichts aber das ist jetzt natürlich ein anderes Problem auf das wir später noch kommen werden ich glaube wir haben jetzt so viel über das Universum erzählt wir haben erzählt dass es sich entwickelt hat dass es größer geworden ist aber dass es mit einem Urknall angefangen hat aber wo sind wir denn mittlerweile gelandet hat das Universum jetzt ein definiertes Alter erreicht wie alt ist es denn geworden das wissen wir natürlich jetzt noch nicht eine wichtigere Frage eine der wichtigsten Fragen überhaupt ist wie alt ist denn das Universum das ist eine Frage die wirklich historische Dimension hat die größte historische Dimension überhaupt ist natürlich die Frage nach dem Universum wie viel Zeit ist vergangen vom Urknall bis heute und das einzige was uns momentan zur Verfügung steht um das auszurechnen und das festzustellen ist das die habelsche Expansion wir haben ja gesagt also wenn etwas sehr weit von uns entfernt ist dann bewegt es sich immer schneller und wir hatten diese schöne Proportionalitätskonstante das Hubble-Gesetz also wie wir schon erfahren haben treffen sich ja alle Objekte bei einer gedachten Rückwärtsentwicklung des Universums in einem Punkt also schwierig sich vorzustellen diese ganzen Galaxien in einem Punkt zusammenzubringen aber jetzt können wir uns das ja mal so gedanklich wenigstens können wir uns das mal vorstellen wie lange ein Objekt dazu braucht bis es von heute an gerechnet diesen Punkt erreicht das kann man bestimmen dazu muss man den momentanen Abstand des Objektes durch seine Geschwindigkeit dividieren und da haben wir also eine erste einfache Gleichung andererseits ermittelt man die Geschwindigkeit der einzelnen Objekte indem man die Hubble-Konstante diese 72 Kilometer pro Sekunde und pro Megaparsec ja mit der Entfernung der Objekte da haben wir eine zweite Gleichung wenn man jetzt die Geschwindigkeit in der zweiten Gleichung durch den IOS-Druck für die Geschwindigkeit in der ersten Gleichung ersetzt dann fällt die Entfernung der Objekte raus das ist alles ein bisschen schwierig aber im Grunde genommen ganz einfach und daraus ergibt sich die Zeit die Zeit ist nichts anderes im Prinzip als das Inverse also das Umgekehrte der Hubble-Konstante ja und wie alt ist es jetzt? 13,7 Milliarden Jahre würde man momentan sagen plus minus 200 Millionen Jahre das passt zumindest schon mal ganz gut zusammen mit dem Alter der ältesten Sterne die kann man ja anhand von außerordentlich komplizierten Sternentwicklungsrechnung kann man feststellen wie alt die ältesten Sterne sind und dann zeigt sich natürlich auch tatsächlich wie wichtig die Kenntnis dieser Konstanten ist nämlich dieser Hubble-Konstanten denn es darf natürlich kein Stern älter sein als das Universum das wäre ja sonst blöd also du wirst immer wieder mal gefragt werden wie alt ist denn das Universum und jetzt hast du ja schön erklärt wie man darauf kommt aber du hast mir erzählt dass es ja noch viel kompliziertere Fragen gibt in denen du dich manchmal ausgesetzt siehst und zwar wird dir ja häufig die Frage gestellt wo war denn der Urknall? Tja wo ist eigentlich heute dieser Ort im Universum zu finden? Da kann ich immer nur antworten der Urknall ist alles was ist Ja ich weiß das ist nicht einfach zu beantworten und da kann man nur sagen erinnern Sie sich vielleicht an die vom Harald soeben erwähnte Geschichte mit dem Rosinenkuchen wo sich jemand auf eine Rosine setzt und dann sieht er wie alle anderen Rosinen von ihm auseinander driften und dann kommt ein anderer und setzt sich auf eine andere Rosine und sagt ja Mensch von mir aus gesehen driften auch alle Rosinen auseinander und dann kommt ein dritter und der setzt sich auf wieder eine andere Rosine und sagt genau das gleiche und spätestens dann merkt man es ist ja eigentlich völlig egal auf welche Rosine man sich setzt und von wo aus man die Ausdehnung des Universums betrachtet das heißt mit anderen Worten wenn man das auf unser Universum überträgt dann hat der Urknall eigentlich überall stattgefunden Ja Wir sitzen eigentlich mittendrin im Urknall und jeder Platz im Universum ist das Zentrum des Universums oder der Zentrum des Urknalls Im Prinzip ist also das gesamte Universum der Urknall ganz egal wo wir uns befinden Nun was den Ort des Urknalls zur Zeit des Knalls betrifft als es anfing als das Universum also noch gar nicht existierte da wird es ja noch komplizierter denn es gab nämlich gar keinen Ort wo sich eigentlich hätte was ereignen können denn es gab ja auch keinen Raum so paradox das jetzt klingt aber der Raum wurde ja erst mit der Entstehung des Universums erschaffen Es gab noch nicht mal Platz Es gab gar nichts Das Universum hat sich nicht in einem bereits vorhandenen Raum hinein ausgedehnt sondern es ist selbst Raum und dieser Raum wächst mit der Ausdehnung des Universums Einen Raum an sich können wir uns ja nur durch die darin befindlichen Objekte vorstellen und erfahren denn wenn nichts da ist dann verliert natürlich auch der Begriff Raum seinen Sinn Goethe hat es ja mal in seinem Faust sehr schön ausgedrückt über dem er Mephistolis hat sagen lassen dass der Raum verhaftet an den Körpern klebe und mit den Körpern wieder zugrunde gehen werde und Christian Morgenstern hat es ja noch viel knapper ausgedrückt er hat gesagt es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen ohne Latten also auch kein Raum ob die beiden Herren natürlich das in dem gleichen Sinn gemeint haben wie wir das sei jetzt dahingestellt aber es charakterisiert im Prinzip genau das was wir hier unter Raum verstehen wollen für uns ist das natürlich alles unheimlich schwer zu fassen da wir ja in einen bereits vorhandenen Raum hineingeboren wurden und ein Nichtraum der liegt einfach außerhalb uns des Vorstellungsvermögens man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Käfer der nicht fliegen kann und der auf einem unendlich ausgedehnten Blatt Papier herumläuft dieser Käfer kennt nur zwei Dimensionen nämlich eine Länge und eine Breite eine dritte Dimension eine Höhe die kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen also was noch viel schlimmer ist als die Sache wo der Urknall ist und wo man den wo kann man ihn denn besichtigen ist natürlich häufig die Frage ich habe schon fast ich kriege schon fast Todbrennen davon was war denn vor dem Urknall also da wäre ich ja immer ganz rappelig wenn mich also jemand fragt ja kann vor dem Urknall ich habe jetzt neulich erst wieder gelesen und so weiter und so weiter Spekulationen über den über die Zeit vor dem Urknall das ist natürlich also für mich als Naturwissenschaftler ein Angriff auf meinen gesunden Menschenverstand denn es gibt nichts Schlimmeres als eine Frage zu fragen von der man im Grunde genommen vorher schon definitiv weiß die kann kein Mensch beantworten und damit eine Diskussionssituation zu schaffen die eigentlich schon mit dem Ende des Gespräches anfängt genauso wenig wie wir uns nämlich einen Raum nicht vorstellen können in dem nichts drin ist aber auch gar nichts was uns nicht wundern muss denn wir sind Geschöpfe dieses Universums sind also vor allen Dingen an solche Dinge gekoppelt wie Ursache und Wirkung das was man mit Kausalität bezeichnet da ist was passiert und das was da passiert hat jetzt als nächstes eine gewisse Wirkung es gibt eine Ursache und dann gibt es eine Wirkung so und jetzt müssen wir aber bei dem Urknall jetzt nicht geistig weglaufen bleiben Sie ruhig hier müssen bei dem Urknall müssen wir an einen Punkt ankommen der einen Anfang hatte also eine Ursache die selber keine Ursache hatte der Urknall war der Anfang von allem aber was war denn jetzt was hat denn den Urknall also was war denn davor das ist eine alte philosophische Frage die ist überhaupt nicht zu fassen und bei dieser Frage hat eigentlich Augustinus eingesetzt zu Anfang des 5. Jahrhunderts Augustinus war ja der große Politiker und Lehrer der karlatorischen Kirche und er hat mal eine Diskussion begonnen über den Zeitpunkt der Erschaffung der Welt mit der Frage was tat denn Gott eh vor er Himmel und Erde erschuf und die Antwort hat er natürlich sich selbst gegeben sie ist zwar in erster Linie theologisch zu verstehen er hat nämlich gesagt er machte die Hölle für diejenigen die solche Geheimnisse so ergründen suchen entsprechen dem gegenwärtigen Vorstellung über die Entstehung des Universums kann man diese Antwort natürlich auch dahingehend interpretieren dass es einfach total sinnlos ist nach einer Zeit davor zu fragen aber das ist ein Dilemma in diesem Dilemma stecken wir Menschen dass wir dass wir Fragen stellen können von denen unsere Vernunft von vornherein weiß dass sie sie nicht beantworten ja klar aber die Zeit die ist einfach zusammen mit dem Universum erst entstanden denn Prozesse die laufen ja nicht in der Zeit ab sondern sie definieren ja eigentlich erst eine Zeit und wenn es nichts gibt was sich verändern kann dann hat auch die Zeit keinen Sinn dann ist die Zeit keine beobachtbare Größe ja aber dann muss doch der Anfang des Universums durchaus etwas gewesen sein was eine Zeit definiert denn wir wissen zwar nicht was vor dem Universum war das wissen wir ja definitiv können wir ja gar niemals erfahren aber trotzdem ist ja mit dem Universum etwas entstanden in dem Moment geht eine Uhr in dem Moment hast du sozusagen die Uhr oder die Unruhe der Uhr freigegeben und die Uhr fängt an zu ticken vorher war nichts zumindest wissen wir nicht das kann ein ganz anderes Universum gewesen sein mit ganz anderen so ist es eben wie lange ein Vorgang dauert das lässt sich ja eigentlich nur durch einen Vergleich mit anderen Vorgängen bestimmen aber jetzt muss ich mal was fragen zum Beispiel mit dem Vorrücken einer Uhr kannst du mir erklären warum es so viele Leute gibt die sich wahnsinnig dafür interessieren was vor dem Urknall gewesen ist ja wenn ich das wüsste also mich interessiert es auch aber ich versuche es ja zu erklären dass es einfach hirnlos ist sich darüber Gedanken zu machen denn vor dem Urknall es war ja nichts da ja man wird ja immer wieder ausgequetscht man hält einen Vortrag über irgendwas irgendwo und dann kommt garantiert egal und wenn man sich über irgendwas ein ganz irdisches Thema und dann kommt garantiert ein Zuhörer und sagt sagen sie mal ich habe jetzt neulich das wieder gelesen da gibt es doch diese Theorien mit den 27 Dimensionen diese Stringtheorien gibt es doch da das ist denn da quasi alles in den kleinsten Längenskalen irgendwie hineingewickelt das übt ja eine Attraktivität aus diese Frage was war vor dem Urknall und vor allen Dingen es hat für manche Menschen schon fast was Sinnsuchendes der Sinn dieser Welt der erschließt sich nicht aus den Eigenschaften dieses Universums oder aus meinen Mitmenschen aus meiner Umwelt sondern der Urknall vor dem Urknall da liegt der wahre Kern der Sinn aber es kann eigentlich nur damit zu tun haben dass der Mensch in seiner Wahrnehmung begrenzt ist das ist es zieht sich sowohl auf den Raum als auch auf die Zeit du kannst nur einen gewissen Raum überblicken und du kannst von deiner Warte aus nur eine gewisse Zeit überblicken aber du bist gewohnt zu denken dass vor deiner Geburt schon was war da waren deine Eltern da waren deine Großeltern warum sollte es nicht möglich sein auch dann vor dem Urknall wo irgendetwas entstanden ist so wie du entstanden bist wie du geboren worden bist gab es ja vor dir schon etwas und darüber kannst du nachdenken warum sollte es nicht möglich sein auch über ein Vor vor dem Universum nachdenken zu können wenn man gewohnt ist an ein vorher zu denken dann ist es doch eigentlich logisch dass ich auch sagen muss wenn das Universum entstanden ist so geboren wurde wie ich in anderer Weise geboren wurde dann muss es Vater und Mutter von dem Universum gegeben haben dann müsste es sowas auch gegeben haben und das ist eigentlich aus dem Erfahrungsschatz die die Menschen im Laufe der Zeit gewonnen haben abzuleiten dass diese Fragen überhaupt ich sag jetzt mal zulässig sind dann muss ich hier doch mal als Advokat der Natur muss ich dann doch mal hier einen kurzen Plädoyer halten denn diese Frage was war vor dem Urknall oder was ist außerhalb des Universums ist keine Frage die zu den Naturwissenschaften gehört sie mag erlaubt sein naturwissenschaftlich aber ist sie nicht sind die beide nicht zu beantworten und zwar deswegen nicht weil naturwissenschaftliche Theorien überprüfbar sein müssen die sind nicht verifizierbar also man kann ihren Wahrheitsgehalt nicht überprüfen sondern sie sollten falsifizierbar sein man sollte nämlich jede Theorie sollte einen Test angeben womit man sie killen kann wenn also eine Theorie im Experiment oder in der Beobachtung nicht mehr besteht dann muss sie weggeworfen werden dann ist sie nichts mehr wert und das ist Naturwissenschaft alles was darüber hinaus geht kann mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht behandelt werden das heißt eine Frage wie was war vor dem Urknall was ist außerhalb des Universums mag eine hochgradig interessante philosophische Frage sein aber sie ist von Naturwissenschaftlern nicht zu behandeln und sie ist zudem auch von Philosophen genauso wenig zu beantworten wie von Naturwissenschaftlern denn auch die leben natürlich davon dass es zumindestens bei den Antworten die sie geben einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen dem was sie sagen und zwischen dem was ist also man kann sich nicht in irgendeinem völlig luftleeren Raum aufhalten und am Ende kommt überhaupt nichts dabei raus was mit irgendetwas zu tun hat was in dieser Welt ist das bringt überhaupt nichts ja man muss ja auch sagen dass im Augenblick des Urknalls war das Universum ja unendlich heiß und unendlich dicht das war der Zustand eigentlich der vollkommenen Gestaltlosigkeit oder ich möchte sagen das absolute Chaos aber Unendlichkeiten können wir uns eigentlich nicht leisten können wir auch die Worte die Worte unendlich würde ich die würde ich momentan also es muss es muss einen Anfang gegeben haben und dieser Anfang ist sicherlich nicht unendlich gewesen unendlich in unserer Zeit vorher sind sie noch da vorher vor was vor unserer jetzigen Existenz das ist nicht einfach ne das ist nicht einfach merkt man also dann schon wie die Kosmologie für Fußlinge langsam an ihre Grenzen kommt und die Frage die dir immer wieder gestellt wird wo war der Urknall wann geschah der Urknall was war vor dem Universum die bringt auch uns ins Schleudern also die klassische Urknalltheorie führt auf jeden Fall zu der Annahme dass das Universum aus einem extrem heißen Punkt heraus entstanden ist das ist schon mal klar der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt dass die Betrachtungsweise des Urknalls quantentheoretisch völlig unmöglich ist also wir haben überhaupt keine Quantentheorie für diese Art von Zustand wo alle Dinge diesem Universum jemals gegeben hat und jemals geben wird auf einen mathematischen Punkt zusammengebracht sind und das müsste man ja eigentlich diese kleinen Dinge das wissen sie ja alle diese kleinen Dinge des Lebens hätte ich fast gesagt die kleinen Dinge wenn man tief in die Materie hineinschaut alles was mit den kleinsten Längenskalen zu tun hat also den atomaren Längenskalen und vielleicht noch kleiner das wird ja quantenmechanisch beschrieben das ist ja und diese Quantentheorie die fehlt uns im Bereich atomarer und subatomarer Größen da wird es quantenmechanisch und die Quantenmechanik ist ja eine außerordentlich diffuse Theorie hätte ich fast gesagt was natürlich nicht stimmt die Quantenmechanik ist sehr genau aber sie ist nur eine Theorie von Möglichkeiten sie erlaubt nämlich immer gewisse Unschärfen in Raum und Zeit denn bei diesen kleinen Längenskalen von denen hier die Rede ist die so klein sind dass man sie eigentlich gar nicht sich wagt sie zu beschreiben es ist nämlich wirklich klein es ist kleiner als klein eigentlich kleiner als das kleinste was sie sich überhaupt nur vorstellen können diese Kleinheiten da schwankt Raum und Zeit das wäre nach der Quantentheorie der Anfangszustand des Universums gewesen das Produkt aus den Schwankungen von Impuls und Ort laut Quantenmechanik oder von Energie und Zeit vielleicht besser kann einen gewissen Wert nicht unterschreiten kleiner geht es nicht irgendwann ist Feierabend sozusagen und das ist ja gut bestätigt durch viele viele ganz viele Experimente wir wissen also tatsächlich die Quantenmechanik macht da die richtige Aussage dass also ab einer bestimmten Kleinigkeit hätte man fast gesagt also einer kleinen Länge ist einfach überhaupt nichts mehr zu holen da wird man keine klaren Aussagen mehr bekommen und das muss am Anfang des Universums also eine ganz wichtige Rolle gespielt haben es gibt dann also keine Möglichkeit mehr ein Vorher oder Nachher festzustellen und es gibt nur noch ein Anderswo in Raum und Zeit aber eine Möglichkeit gibt es und jetzt zum nächsten Thema nämlich das Universum ein bisschen zu durchleuchten wie schaut es denn eigentlich aus ist es vergleichbar mit einem Blatt Papier des Flaches oder ist es vergleichbar mit einer Kugel die gekrümmt ist oder vielleicht sogar mit einem Pferdesattel der in anderer Weise gekrümmt ist Frage ist der Raum gekrümmt oder ist das muss man da sich vorstellen das wäre so etwas ähnliches wie ein Blatt Papier auf dem die normale Geometrie gilt oder hast du da das ist natürlich wunderbar ich meine jetzt können wir uns wieder zurückziehen jetzt machen wir Innenarchitektur des Kosmos jetzt sind wir wieder da wo wir hinwollen jetzt haben wir also diese ganzen metaphysischen Fragen geklärt die man eben nicht klären kann die haben wir jetzt schön draußen vorgelassen wie du sagst was denn für eine Form hat denn jetzt der Kosmos der Raum der Raum ist gekrümmt das kann ich hier an dieser Stelle schon mal sagen bei einer wir müssen also ein bisschen weiter ausgreifen bei einer Sonnenfinsternis da passieren ganz merkwürdig Dinge am Himmel da werden nämlich am Rand der Sonnenscheibe Sterne sichtbar die eigentlich nicht zu sehen sein sollten das ist doch ein Phänomen oder wie kann so etwas überhaupt passieren das ist ein Phänomen was mit der Krümmung des Raumes zu tun hat der wahre Ort der Sterne liegt nämlich man sollte sie eigentlich nicht sehen der liegt nämlich ein bisschen neben der Sonne liegt nicht neben der Sonne sondern es liegt ein bisschen hinter ihr also knapp innerhalb des Sonnenrandes Licht wählt aber nun und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft wählt immer den kürzesten Weg von der Quelle zum Empfänger also hier bei der Sonnenfinsternis vom Stern dessen Licht geht an der Sonne vorbei zum Sterngucker also einem Teleskop einem Fernrohr in diesem Fall scheint es nämlich und das ist das merkwürdige scheint es ja in einem Bogen um die Sonne herum zu gehen denn wenn das Licht gerade ginge dann würde ja dieser Lichtstrahl die Sonne treffen und wir würden den Stern nicht sehen können weicht das Licht von der geraden Linie ab so muss man also daraus folgern dass der Raum in dem sich das Licht ausbreitet gekrümmt ist tja und warum gekrümmt weil sich eben das Licht auf dem kürzesten Weg immer von der Quelle zum Empfänger bewegt und folgedessen der Krümmung des Raumes folgen muss folgt genau der Raum ist gekrümmt was soll man sich unter einem gekrümmten Raum vorstellen und natürlich ist die Frage wieso ist er gekrümmt der Raum wieso ist er nicht flach brettflach der Raum in dem wir uns bewegen und in dem wir gewohnt sind zu denken ist dreidimensional obwohl man ja immer behauptet es gäbe Menschen die sind so eindimensional aber nein auch die leben in einer dreidimensionalen Welt Länge, Breite und Höhe bestimmen darin die Abmessung eines Körpers oder wie man das früher in der Schule gelernt hat die Koordinaten x, y und z die bestimmen den Ort an dem sich der Körper befindet spricht man nun von einem gekrümmten dreidimensionalen Raum darunter kann man sich nicht wirklich was vorstellen was ist ein gekrümmter dreidimensional um eine Ahnung also immer mal wir sollen ja auch was lernen hier um eine Ahnung von einem gekrümmten Raum zu bekommen müssen wir zu einem Trick greifen nehmen wir mal an wir würden wie die bereits erwähnten flachen Käfer in einer nur zweidimensionalen Welt leben das heißt wir könnten nur zweidimensional denken und erfahren unsere Welt hätte also keine Z-Koordinate also keine Höhe es gäbe lediglich Ausdehnung in x und y die Welt wäre also somit wie ein Blatt Papier denken wir uns also das Papier in alle Richtungen unendlich ausgedehnt ist auch nicht so ganz einfach unendlich ausgedehnt aber also groß also so groß dass wir die Kanten des Papiers nicht sehen können die Geometrie die wir auf diesem Blatt betreiben könnten kennen wir man bezeichnet sie als euklidische Geometrie die wesentlichen Eigenschaften dieser Geometrie bestehen darin dass sich zwei parallele Geraden nicht schneiden und die Winkelsumme in einem Dreieck immer na jawohl 180 Grad beträgt eine solche Welt ist im wahrsten Sinn des Wortes flach und zwar in jeder Beziehung aber jetzt gibt es natürlich noch eine andere Form oder vielleicht sogar zwei andere Formen wenn du beim zweidimensionalen bleibst dann könntest du ja dieses Blatt Papier so verformen dass es letztendlich eine Kugel gibt und was hätten wir dann dann hätten wir ein geschlossenes Universum oder ein geschlossenes einen geschlossenen Raum stimmt bei einer Kugel aber da können wir das können wir uns auch noch gut vorstellen also die Geometrie auf einer Kugel da sind ja zwei parallele Geraden die schneiden sich nämlich auf einer Kugel also stellen Sie sich den Globus vor nehmen Sie zwei Geraden die also in Ihrer Welt so kurz vor Ihnen haben Sie zwei parallele Geraden jetzt lassen Sie die mal in Richtung Nordpol laufen können Sie blind buchen die beiden parallelen Geraden schneiden sich und zwar an den Polen natürlich also einmal am Nordpol und einmal am Südpol obwohl also in Ihrer Welt lokal hätten Sie ein flaches Universum um sich herum machen Sie zwei parallele Geraden und dann lassen Sie die mal auf Ihrer Kugel laufen und das Irre ist die Winkelsumme in einem Dreieck auf einer Kugel ist immer größer als 180 Grad so kann man übrigens die Krümmung der Erde auch ziemlich genau vermessen wenn man also die Winkelsumme in einem Dreieck in einem ziemlich großen Dreieck misst und feststellt aha das ist größer als 180 Grad dann weiß ich ich kann nicht in einer flachen Welt leben man kann das leicht veranschaulichen und brauchen nur vom Äquator einfach loszulaufen Sie laufen garantiert egal wie parallel Sie mit irgendwelchen Linien laufen immer am Nordpol oder am Südpol und das schneidet sich und wie kommt man dann auf den Begriff zu sagen dieses Universum ist geschlossen tja ganz einfach weil du auf einer Kugel loslaufen kannst wo auch immer du willst und wenn du nur lange genug rumläufst dann kommst du zwangsläufig irgendwann mal zu diesem Punkt zurück von dem du ausgegangen bist stimmt deswegen geschlossen was haben wir denn für eine Krümmung also bei einer Kugel also Moment flaches Univ also ein flacher flacher Raum Krümmung null Kugel Krümmung plus positiv plus eins genau und was soll man sich jetzt unter negativen Krümmungen vorstellen was soll das sein tja das ist ein ganz anderer Raum und wenn man das jetzt ins zweidimensionale übersetzt dann könnte man wieder ein Blatt Papier nehmen und das könnte man wie den Sattel eines Pferdes verbiegen nicht man könnte die Fläche an den Flanken des Pferdes runter krümmen und am Hals des Pferdes und am Schwanz des Pferdes nach oben krümmen und das wäre dann eine Fläche die völlig anders aussieht und die offen ist in dieser Fläche könntest du jetzt wenn du sie dir unendlich ausgedehnt vorstellst beliebig weit wandern du kommst nie mehr an den Anfangspunkt zurück und das bezeichnet man als eine negative Krümmung mit der Krümmung minus eins also wir haben flaches Universum das ist euklidisch wir haben ein sphärisches Universum mit einer positiven Krümmung und wir haben jetzt ein wie nennt man das jetzt ein gebogenes Universum ein offenes Universum oder einen offenen Raum und wie nennt man den hyperbo hyperbo hyperbolisch krümmt hyperbolisch hyper also nicht mit Ü sondern mit Y hyperbolisch und dann wäre also in einem solchen hyperbolischen Raum ist die Winkelsumme in einem Dreieck stets kleiner als 180 Grad übrigens interessant wenn ich mal kurz abschweifen darf was würde ich denn einem Außerirdischen sagen wenn ich ihn träfe als erstes ich würde ihm natürlich zunächst einmal den Satz von Pythagoras hinmalen ob er mir mitteilen kann dass a² plus b² gleich c² ist denn dieser Außerirdische muss ja genauso wie ich festgestellt haben dass es eine euklidische Gemetrie gibt in dem die Winkelsumme 180 Grad ist also wir haben jetzt drei ich weiß nicht guck mich nicht so scharf an ich will nicht abweichen damit haben wir drei Erscheinungsformen in denen im Prinzip eine zweidimensionale Welt also eine zweidimensionale Welt auftauchen kann nämlich als flache nicht gekrümmte Welt als geschlossene endliche Welt mit positiver Krümmung oder als offene unendliche Welt mit negativer Raumkrümmung tja jetzt hast du drei Krümmungen genannt aber welche Krümmung hat denn unser Universum jetzt wirklich und vor allen Dingen wovon hängt die Krümmung des Raumes denn überhaupt ab das ist das Problem ich kann das ja vielleicht mal sagen also die Krümmung des Raumes hängt von der Masse ab Punkt so jetzt wissen wir Bescheid also die Masse krümmt den Raum so so die zunächst einmal berechnete und später dann auch gefundene Eigenschaft die sich aus der allgemeinen Relativitätstheorie ergibt je mehr Masse desto mehr ist auch der Raum in der Umgebung der Masse gekrümmt und schon verstehen wir auch die Geschichte mit der Sonnenfinsternis und den Sternen denn die Sonne krümmt natürlich den Raum Sonne ist ja eine Riesenmasse also deutlich schwerer als die Erde 300.000 Mal schwerer als die Erde ein gewaltiger Gasball und der krümmt natürlich den Raum und zu Zeiten der Sonnenfinsternis sieht man diese Raumkrümmung gewissermaßen sonst wird sie völlig überschienen und dann kann man tatsächlich sehen wie die Lichtstrahlen sich in dem gekrümmten Raum durch die Sonne gekrümmten Raum durchbewegen und damit Bilder erscheinen die eigentlich gar nicht erscheinen sollen wie soll man sich das vorstellen also zweidimensional soll ich die Sachen mit dem Gummituch nochmal erzählen ja natürlich na gut also gut wir nehmen ein gespanntes Gummituch und auf diesem Gummituch sei ein Gitternetz aufgemalt man kann sich das ja geistig können sich das ja vor Augen halten legen wir auf das Gummituch eine Holzkugel so wird sich das Tuch unter dem Gewicht der Kugel eindellen und das Gitternetz wird an dieser Stelle entsprechend verzerrt nehmen wir anstelle der leichten Holzkugel eine schwere Bleikugel so sinkt diese natürlich viel tiefer in das Tuch ein und die Krümmung der Gummimembran vergrößert sich entsprechend Licht das sich auf der Fläche des Gummituchs ausbreitet muss das Licht muss kann gar nicht anders muss wenn es in die Nähe der Kugel kommt der durch die Masse der Kugel verursachten Krümmung folgen da ist ja aufgrund der vorausgesetzten Zweidimensionalität merken Sie wir sind immer noch in der zweidimensionalen Welt wenn Dreidimensionalität kann man sich nicht vorstellen nicht aus der Fläche raus kann es kann ja nicht raus das Licht es muss sich ja auf der Oberfläche bewegen es breitet sich also nicht mehr geradlinig aus sondern folgt den durch die Masse verzerrten Gitterlinien dieser Weg obwohl gekrümmt ist aber nach wie vor die kürzeste Verbindung zwischen der Lichtquelle und einem Empfänger übertragen wir das Ergebnis auf das Universum so heißt das nichts anderes als dass die Sonne aufgrund ihrer Masse den Raum lokal krümmt das war der Punkt das Licht eines dahinterliegenden Sterns das nah an der Sonne vorbeiläuft und normalerweise gar nicht in das Auge eines Beobachters auf der Erde gelangen kann wird durch die Krümmung des Raumes so abgelenkt dass es schließlich doch zur Erde gelangt Relativitätstheorie in Reinkultur ist hier also notwendig um zu verstehen was Massen tun aber lieber Jan was heißt denn jetzt das alles für unser Universum tja du hast es jetzt sehr schön am Beispiel unserer Sonne dargestellt aber da kann man ja eigentlich nur von einer lokalen Krümmung sprechen aber so wie man von einer lokalen Krümmung sprechen kann muss man ja auch annehmen dass das Universum als Ganzes gekrümmt ist und das hängt nun wieder davon ab wie viel Gesamtmasse in dem Universum enthalten ist und auch da kann man von einem flachen einem geschlossenen und einem offenen Universum fragen die Kosmologen definieren nun eine kritische Masse die ist gerade so groß dass die Ausdehnung des Universums sich zwar stetig verlangsamt aber erst nach einer unendlich langen Zeit zum Stillstand kommt ein solches Universum bezeichnen jetzt die Kosmologen als flach ist die Masse im Universum jedoch größer als die kritische Masse so wird der Raum ja es ist schwer sich vorzustellen aber er wird in sich zurückgekrümmt und man hat es mit einem geschlossenen Universum zu tun und die Ausdehnung in einem geschlossenen Universum die kommt zum Stillstand erst dann wenn die kinetische Energie die in der Ausdehnung steckt also in diesem Impuls den das Universum beim Urknall mitbekommen hat wenn diese Energie völlig in potenzielle Energie in Energie der Lage umgewandelt ist und von diesem Augenblick an zieht sich das Universum ja wieder zusammen denn die gesamte Entwicklung vom Urknall bis zur maximalen Ausdehnung die läuft nun rückwärts und schließlich wird sich das Universum wieder auf einen Punkt von unendlich hoher Dichte und unendlich hoher Temperatur zusammenziehen theoretisch kann das Spiel eigentlich jetzt von neuem Beginn und ein neues Universum kann sich aus einem neuen Urknall entwickeln also in einem geschlossenen Universum das sich zunächst ausdehnt dann mit der Ausdehnung stoppt dann wieder zusammenzieht wäre also eine zyklische Wiederholung der Entwicklungs- und Schrumpfungsprozesse in gewissen Zeitabständen durchaus möglich aber das sind alles nur Hypothesen weil wir eben noch nicht genau wissen in welchem Universum befinden wir uns warum eigentlich nicht warum wissen wir wir können doch eine Dreiecksmessung im Universum machen oder wir können doch messen wie groß die Winkelsumme von einem großen Dreieck im Universum ist oder ja damit musst du aber wissen wie weit wir von dem Objekt entfernt sind das ist nämlich ganz entscheidend und das ist die große Schwierigkeit im Universum um Entfernungen überhaupt darzustellen aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf und erst wenn wir die Entfernungen genau kennen dann können wir auch die Basis unseres Dreiecks ausmessen und können den Winkel bestimmen und dann könnten wir im Prinzip genau sagen hoppla die Winkelsumme des Dreiecks ist ja gar nicht 180 Grad sondern größer oder kleiner das Universum ist also offen oder geschlossen ja und dann gibt es natürlich noch den dritten Fall dass die die Gesamtmasse im Universum kleiner ist als die kritische Masse und dann hat man es mit einem wie wir schon gesagt haben offenen Universum mit negativer Raumkrümmung zu tun und in einem derartigen Universum hört natürlich die Explosion nie auf und sie kann sich sogar beschleunigen und jetzt wollen wir natürlich schon wissen in welcher Art von Universum wir leben aber das Problem ist man kann die Massen unseres Universums nicht berechnen man kann nur aufgrund von Beobachtungen auf ihren Wert schließen dass wir über die Gesamtmasse so wenig wissen das liegt vor allen Dingen daran dass der Raum in dem die Massen verteilt sind dass der so riesengroß ist und es hängt aber auch damit zusammen dass wir im Prinzip keine Ahnung haben mit welchen Arten von Masse des Universums angefüllt ist sehen können wir denn nämlich nur die strahlende Materie und Beobachtungsergebnisse legen uns aber nahe dass es daneben noch eine ganz andere Form von Materie geben muss und diese andere Form die bezeichnen die Kosmologen als dunkle Materie dunkle Materie kann man natürlich wie der Name schon sagt nicht sehen sie macht sich aber doch bemerkbar und zwar durch die Gravitationskraft die sie auf die sichtbare Materie ausübt also nur schwer nur schwer und man glaubt dass der Anteil der dunklen Materie dass der etwa 90% der gesamten Materie im Universum ausmacht und wenn das richtig ist dann würde das ja bedeuten dass wir von nur etwa einem Zehntel unseres Universums überhaupt Kenntnis haben und der Rest der ist uns völlig unbekannt das ist ja ein Plädoyer für weitere Grundlagen was du hier machst und gegenwärtig es geht ja noch weiter geht man ja sogar davon aus dass die Gesamtmasse des Universums also die Summe aus sichtbarer und dunkler Materie etwa ein Drittel der kritischen Masse ausmacht und demnach wäre unser Universum offen vor kurzem hat man jedoch erdeckt dass neben der Materie im Universum es noch eine Art von dunkler Energie gibt da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen was das ist aber zusammen mit der Materie im Universum kommt man damit auf einen Wert der ziemlich genau der kritischen Dichte entspricht und das heißt mit anderen Worten nach neuesten Erkenntnissen ist unser Universum flach aber das ist ja immer noch nicht alles da die dunkle Energie einen negativen Druck ausübt treibt sie das Universum auseinander und demnach leben wir nicht nur in einem flachen sondern auch in einem Universum das sich mit immer größerer Geschwindigkeit ausdehnt also ich glaube jetzt ist es Zeit den Alten aus Königsberg zum Abschluss zu Wort kommen zu lassen Immanuel Kant hat mal eine seiner großen Schriften mit folgendem Satz beendet in der Tat wenn man mit solchen Betrachtungen und mit den vorhergehenden sein Gemüt erfüllt hat so gibt der Anblick eines gestirnten Himmels bei einer heiteren Nacht eine Art des Vergnügens welches nur edle Seelen empfinden bei der allgemeinen Stille der Natur und der Ruhe der Sinne redet das verborgene Erkenntnisvermögen des unsterblichen Geistes eine unnennbare Sprache und gibt unausgewickelte Begriffe die sich wohl empfinden aber nicht beschreiben lassen der Mond an den Mond von Johann Wolfgang von Goethe füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz lösest endlich auch einmal meine Seele ganz breitest über mein Gefild lindernd dein Blick wie des Freundes Auge mild über mein Geschick für den Geheimrat in Weimar war der Mond ein freundlicher fast väterlicher Begleiter der sein Licht auf die Welt legt der beruhigt keine Bedrohung geht vom Mond aus sondern Ruhe und Stille gut 180 Jahre später stehen zum ersten Mal zwei Menschen auf dem Mond im Meer der Ruhe die beiden amerikanischen Astronauten Armstrong und Aldrin stellen wie Goethe fest dass unser himmlischer Begleiter ein sehr ruhiger wir würden heute eher sagen ein toter Ort ist keine Atmosphäre eine staubige von zahllosen Kratern zernarbte Oberfläche und große von Lavaströmen ausgefüllte Becken die sogenannten Meere diese beiden Astronauten und ihre nachfolgenden acht Kollegen bringen immerhin fast 400 Kilogramm Mondgestein mit abgesehen von den eingeschlagenen Meteoriten sind diese Steine das erste außerirdische Material das Menschen direkt begreifen können entsprechend vorsichtig geht man damit um nur wenigen Wissenschaftlern ist es erlaubt das Mondmaterial unter die Lupe zu nehmen sie entdecken bei ihren Analysen eine Geschichte die nichts aber auch wirklich gar nichts mit Ruhe und Stille zu tun hat sie lesen aus den Mondgesteinen die Geburt des Mondes ab und die war laut und gewaltig doch auch ohne Mondgestein in den Händen lässt sich Wichtiges über unseren Begleiter herausfinden 200 Jahre nach Goethes an den Mond hatte sich ein französischer Astronom die Frage gestellt was wäre wenn es den Mond nicht gäbe und er fand etwas äußerst Interessantes heraus nämlich dass wir vermutlich überhaupt nicht existieren würden ohne den Mond also es gibt wirklich viel zu erzählen über unseren allernächsten kosmischen Nachbarn fangen wir an kaum ein Himmelskörper hat die Menschheit so in seinen Bann gezogen wie der Mond am Tageshimmel ist zwar die Sonne die absolute Herrscherin die ungekrönte Königin am nächtlichen Firmament jedoch ist Frau Luna als Gottheit verehrt von Poeten in zahllosen Gedichten und Liedern besungen und von Astrologen und Heilkundlern mit magischen Kräften bedacht beflügelt die Existenz des Mondes seit jeher unsere Fantasie wir wollen hier nicht urteilen inwiefern dem Mond zugedachte Fähigkeiten real sind ob es tatsächlich Auswirkungen auf den Lebensrhythmus der Menschen gibt ob wirklich die Wäsche bei abnehmendem Mond sauberer wird als bei zunehmendem oder nur bei Vollmond gesammelte Heilkräuter ihre Wirkung maximal entfalten können das überlassen wir besser denjenigen die sich in der Mythologie und Sagenwelt auskennen uns interessiert mehr die moderne naturwissenschaftliche Sicht des Mondes die Auswirkungen seiner Existenz auf die Erde und seine Bedeutung für das Leben auf diesem Planeten vieles davon war auch schon unseren Vorfahren bekannt doch der Fortschritt in der Astronomie und ebenso die Raumfahrt haben das Wissen um unsere natürlichen Satelliten derartig erweitert und vielleicht seine allerletzten Geheimnisse beraubt wir werden sehen betrachtet man unser Sonnensystem so stellt man fest dass die Zugehörigkeit eines Mondes zu einem Planeten keine Besonderheit darstellt mit Ausnahme von Merkur und Venus besitzen alle anderen Planeten natürliche Satelliten die Erde hat einen der Mars hat zwei Winzlinge Jupiter momentan 28 Saturn 30 Uranus 21 Neptun 8 und selbst der entfernteste Planet Pluto hat einen Mond was den Erdmond gegenüber allen anderen auszeichnet ist seine im Verhältnis zur Erde sehr große Masse während die anderen Monde nicht über eine Masse hinauskommen die bestenfalls einem Viertausendstel jener ihres Planeten entspricht ist der Erdmond mit rund einem Achtzigstel der Erdmasse ungewöhnlich groß nur bei Pluto ist das Verhältnis noch ausgeprägter Charon Plutos Mond besitzt fast ein Sechstel der Masse von Pluto aus diesem Grund gilt das System Pluto Charon nicht als ein Planet und sein Mond sondern eher als ein Doppelplanet und weil sie beide so leicht sind eigentlich noch nicht einmal als das vielleicht sind die beiden übrig geblieben bei der Geburt des Sonnensystems zurück 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 zu unserem Trabanten was uns interessiert ist die Frage wie kam die Erde zu ihrem Mond was können uns die Mond gesteine darüber erzählen wie schon gesagt der Erdmond ist unverhältnismäßig schwer so ein großer Mond steht der Erde eigentlich nicht zu eher einem Riesenplaneten wie Jupiter der rund 320 Mal schwerer ist als die Erde außerdem stecken rund 83 Prozent des Gesamt Drehimpulses des Erdemond Systems nur in der Bahnbewegung des Mondes deshalb nimmt man an dass der Erdmond auf eine andere Weise entstand als die übrigen Monde im Sonnensystem es gab vier Theorien die die Entstehung zu erklären versuchten aber nur eine kann die richtige sein und heute glauben wir zu wissen welche Tja du sagst es so einfach welche ist die richtige mittlerweile gibt es ja vier Theorien die die Entstehung des Mondes beschreiben und die älteste Theorie das ist die sogenannte Fissionshypothese George Darwin der Sohn von Charles Darwin der war eigentlich der erste der sich 1879 darüber Gedanken gemacht hat wie die Erde eigentlich zu ihrem Mond kam und nach seiner Vorstellung wurde der Mond durch Zentrifugalkräfte aus der noch jungen zähflüssigen und im sehr sehr schnell rotierenden Erde herausgerissen als Beweis dafür dass das richtig sein könnte führte Darwin an dass die Erde und der Mond nicht immer schon so weit voneinander entfernt sind wie heute und er konnte zurückrechnen dass die Auswirkungen der Gravitations und Gezeitenkräfte die sich zwischen Erde und Mond abspielen dass der Mond damals viel näher an der Erde dran gewesen sein musste und einige Wissenschaftler favorisieren diese Fissionshypothese auch deshalb weil sie auf diese Art und Weise das Loch im Erdmantel das heute der Pazifische Ozean ausfüllt und damit auch die Trennung des amerikanischen Kontinents von Europa leicht erklären konnten heutzutage hat sich diese Auffassung natürlich als unsinnig erwiesen denn die Theorie der Plattentektonik die in den 20er Jahren von Alfred Wegener erarbeitet wurde die kann die Verschiebung der Kontinente und die Entstehung der Meere auf viel einleuchtendere Weise nämlich plausibel erklären aber ein weiterer Pfeiler auf den sich die Fissionstheorie stützt ist die bemerkenswerte chemische Ähnlichkeit der Erdkruste mit den Gesteinen des Mondes Räselhaft bleibt dabei allerdings woher der für eine Abspaltung nötige riesige Drehimpuls der Erde stammen sollte denn der heutige Gesamtdrehimpuls des Gesamtsystems Erde und Mond der ist nämlich kleiner als der den die Erde für sich hätte allein beanspruchen müssen damit sich eine Masse von der wahnsinnigen Größe des Mondes aufgrund der Zentrifugalkraft überhaupt hätte ablösen können möglich wäre allerdings dass vielleicht die Erde in der Frühzeit durch viele mehr oder minder streifende Einschläge von Asteroiden den Drehimpuls übertragen bekam den sie wie ein Brummkreisel dann erhalten hat der sich aufgrund dessen dass man ihn mit der Peitsche antreibt immer schneller dreht aber trotz all dieser Widersprüche die dieser Visionshypothese anheften gibt es eigentlich keine bessere Erklärung oder besser gesagt gab es keine bessere Erklärung und die Wissenschaftler haben sich wohl oder übel damals mit dieser Hypothese einverstanden erklärt aber 1950 kam dann eine neue Theorie hinzu und angeregt durch die Modelle zur Formierung von Planeten aus einer zirkumstellaren Staub- und Gasscheibe waren einige Wissenschaftler von der gemeinsamen gleichzeitigen Entstehung von Erde und Mond in Form eines Doppelplaneten überzeugt dazu müsste der Mond hätte er sich nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Erde aus einer gemeinsamen solchen Gas- und Staubscheibe heraus kristallisiert auch einen der Erde entsprechenden großen Eisenkern besitzen aber davon ist nichts zu finden der irdische Eisenkern enthält rund 30% der gesamten Planetenmasse beim Mond ist es wesentlich kleiner dort sind es vielleicht gerade 2% und schließlich bleibt bei diesem Modell völlig ungeklärt auf welche Weise das Erde-Mond-System seinen hohen Drehimpuls erhalten haben könnte Jan, weißt du wie man herausfindet wie der Mond welche innere Zusammensetzung der Mond hat man kann ja keine Experimente wie auf der Erde machen auf der Erde sind zum Beispiel nette Experimente in Anführungsstrichen Erdbeben seismologische Wellen die durch den Körper der Erde rasen verraten einem etwas über die Struktur der Erde aber woher kriegt man raus wie die innere Zusammensetzung des Mondes ist ich glaube das hat man auch zunächst gar nicht gewusst sondern das konnte man erst in dem Augenblick wissen wo man auf dem Mond gelandet ist weil man nämlich da wirklich seismische Messungen hat ausführen können und die Wellen die dann durch den Mond gelaufen sind in Form von akustischen Wellen also Schallwellen praktisch die werden ja an den unterschiedlichen Dichten der unterschiedlichen Gesteinsarten reflektiert und je dichter so ein Gestein ist umso schneller läuft die Welle durch dieses Gestein hindurch und darauf kann man dann allmählich dass der Mond völlig anders in seinem Inneren ausgestaltet sein muss als die Erde das müsste eigentlich die Erklärung an dem sein aber jetzt haben wir erst zwei Theorien es gibt ja eine dritte und die lautet so dass man sich vorstellt dass ein ehemaliger Asteroid oder ein verirrter Kleinplanet von der Erde eingefangen worden sein könnte und diese Theorie die bezeichnet man als Einfanghypothese und für diese Einfanghypothese sprechen dass im Sonnensystem ungewöhnliche Massenverhältnis von Erde und Mond und vor allen Dingen der Mangel an relativ flüchtigen das heißt niedrig schmelzenden Elementen das könnte auch darauf hindeuten dass der Mond an einem anderen Ort als die Erde entstanden sein muss und zwar näher an der Sonne drin dass dieses Einfangen eines so massereichen Körpers nicht unmöglich ist das wurde mittlerweile durch umfangreiche Computersimulation bestätigt es ist aber ein Riesenproblem für derartige Rechnungen vernünftige Anfangsbedingungen zu finden man muss sich das mal vorstellen eben muss sich das vorstellen der Mond der dürfte nicht zu schnell gewesen sein sonst wäre an der Erde vorbeigerauscht und insbesondere bleibt im Dunkeln wie es zu einer so gewaltigen Abbremsung des Asteroiden gekommen sein könnte dass die Erde überhaupt eine Chance gehabt hat den einzufangen das ist ja unglaublich aber mittlerweile gibt es natürlich eine vierte Hypothese und von der glauben die Mondforscher dass sie jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist und dass sie Gültigkeit hat denn dieser Theorie zufolge ist der Mond das Ergebnis eines gigantischen kosmischen Unfalls also demnach soll die Protoerde also der Vorläufer der Erde vor etwa ja sag ich mal viereinhalb Milliarden Jahren mit einem etwa zwei bis dreimal so großen Körper wie der Mars mit einer Geschwindigkeit von etwa 36.000 Stundenkilometer einfach nur ums zusammengeknallt sein vielleicht sollte man noch sagen der Mars hat ein Zehntel Erdmasse das heißt hier ist ein Körper auf die Ur-Erde eingeschlagen der knapp 30% der Erdmasse gab so kann man das sich vorstellen und bei diesem Zusammenprall der Gott sei Dank nicht frontal sondern eher streifend abgelaufen sein muss wurden große Teile der Erdkruste und des Einschlagkörpers in den Raum hinausgeschleudert und ein Teil des Materials fiel wieder auf die Erde zurück ein Großteil schwenkte eine Umlaufbahn unter die Erde und sammelt sich einen Ring um unseren Planeten und in weniger als 10.000 Jahren hat sich dieses Material das ist die Protoerde damals umrundete zu einer Mond verdichtet und der fortan in einem Abstand von vielleicht maximal 10 Erdradien das sind 60.000 Kilometer wären das die Erde umkreist also der war damals viel viel näher dran als heute das muss ein unglaublicher Himmel gewesen sein wenn du dir das vorstellst einen Ring erstmal diesen Ring zu haben und dann diese Brocken die da regelmäßig auf diesen sich gerade formierenden Mond draufschlagen da muss ja ja wir kommen ja später noch auf die Auswirkung aber was für diese Impakthypothese vor allen Dingen spricht das ist die festgestellte Verarmung des Mondmaterials an Eisen und an Nickel und an Kobalt denn wenn du bedenkst dass die schweren Elemente vornehmlich im Erdinnen konzentriert sind und bei einem Zusammenprall aber hauptsächlich das Material aus den Elementen abgerissen worden ist oder das Material besser abgerissen worden ist aus der Oberfläche der Erde wo die Materialien also sehr verarmt waren an schweren Elementen dann müsste sich das ja auch irgendwie bemerkbar machen am Mondgestein und auch diese Diskrepanz wonach eine große Ähnlichkeit zwischen Mondgestein und Gestein der Erdkruste besteht andererseits aber deutliche chemische Unterschiede festzustellen sind die kann man aufgrund dessen verstehen aber das heißt also dass die Erde schon sagen wir mal im Stadium im fortgeschrittenen Stadium ihres Entstehens gewesen ist weil nämlich dann die um das zu erklären mussten die ganzen schweren Elemente wie Eisen, Nickel und Kobalt bereits ins Erdinnere abgesagt sein damit also der Mantel nur noch leichte Elemente enthielt und dann kam der Einschläger wenn der zu früh gekommen wäre und der Einschläger dann hätte es ganz anders ausgesehen natürlich dann wäre vielleicht auch gar kein Mond entstanden damals war die Erde noch flüssiger vielleicht ja vielleicht sogar gasförmig also die Planeten sprich Erde die mussten sich schon mal gebildet haben und dann musste irgendwo ein sozusagen sag ich mal verirrter Planet einer der es nicht geschafft hat zu einem ganzen Planeten zu werden der hat eben dann bumms diese Kollision verursacht ein Loser ein Verlierer einer der es nicht hingekriegt hat der schlägt auf die Ur-Erde ein genau und so kann man sich auch immer erklären dass der größere Anteil von dem Kollisionspartner stammt und der Mond ist eben dann mehrheitlich zusammengesetzt aus den chemischen Elementen die dieser Impact Körper mitgebracht hat und weniger von den Elementen die eigentlich auf der Erde zu finden sind und schon gar nicht von den Elementen die im Erdinnen zu finden sind und schließlich was die Theorie so plausibel macht ist auch noch dass zwei weitere Phänomene eigentlich ganz gut zu erklären sind nämlich A der hohe Drehimpuls der bei der Kollision wahrscheinlich übertragen worden ist und zweitens die Schrägstellung der Erdachse und um die Sache noch abzurunden möchte ich noch erwähnen dass es Wissenschaftler der Universität Bern vor kurzem gelungen ist den gesamten Vorgang nämlich vom Einschlag bis zur Akkretion des Mondes mit einem ja mittlerweile hat man ja so leistungsfähige Paralldechner konnten die das simulieren aber das ist natürlich jetzt nicht der ultimative Beweis für die Gültigkeit der Impact Theorie denn wir haben ja schon gesehen dass man bei geeigneter Wahl der Anfangsbedingungen auch das Einfangen des Mondes gut simulieren kann aber immerhin es ist eine starke Stütze der Theorie ein weiterer Gesichtspunkt oder besser gesagt ein Beweis für die Aufpralltheorie ist eigentlich die absolute Zufälligkeit dieses Ereignisses die Erde und der kosmische Falker Bund müssen ja im entscheidenden Augenblick am richtigen Ort gewesen sein und mit der richtigen Geschwindigkeit unter dem richtigen Winkel aufgetroffen sein und wenn man bedenkt dass die Ausdehnung des Sonnensystems und die Bahngeschwindigkeiten der Planeten so riesig ist so ist es eigentlich alles andere als selbstverständlich dass sich die überhaupt getroffen haben also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen es ist ja da draußen ist ja viel Platz also im Weltraum es ist ja wirklich viel Platz und es ist wahnsinnig leer und es reichen ja winzige Veränderungen in den Anfluggeschwindigkeiten dann ist entweder der Mond schon vor oder dieser Einschläge ist schon vorbeigeflogen und trifft die Erde nicht oder die Erde ist noch nicht da also in jedem Fall ist es ein Irrsinn bei diesen wahnsinnigen Geschwindigkeiten da fliegt ja der Planet in wenigen Sekunden zigtausend Kilometer das ist ein echtes und das muss passen ja und aber dass in der Frühphase unseres Sonnensystems also solche gewaltigen Zusammenstöße häufig passiert sind dafür gibt es ja Beweise nicht das veranschaulichen insbesondere die Planeten Merkur und Venus und bei Merkur dem sonnennächsten Planet zeigt sich ja heute noch auf der Oberfläche sieht man ja immer noch die Wunden von diesen gewaltigen Einschlägen insbesondere am Nordpol der Zusammenstoß der war ja damals so gewaltig dass praktisch der gesamte Planet erschüttert wurde und die damals noch flüssige Oberfläche die hat sich förmlich zerknittert so wie ein Stück Zellophanpapier und diese Knitter sage ich jetzt mal die haben sich in der allmählich erkaltenden Oberfläche ja bis heute erhalten und die Venus also praktisch der Zwilling unserer Erde die dreht sich ja ungewöhnlich langsam um die eigene Achse eine Umdrehung dauert im Gegensatz zu einer Umdrehung bei der Erde die ja nur einen Tag dauert bei der Venus 243 Tage und auch da ist höchstwahrscheinlich so ein gigantischer Einschlag dafür verantwortlich dass die Venus so in ihrer Eigenrotation abgebremst worden ist dass das heute so lange dauert bis sie sich nur einmal um ihre Achse herumtretten also das macht man gar nicht meinen ich meine man sieht diese Seite von dem Mond den Mond da immer mal wieder in seinen verschiedenen Veränderungen zunehmender Mond Vollmond abnehmender Mond und so weiter und man kann sich gar nicht vorstellen dass diese tote Welt also eine solche Geschichte zu erzählen hat das finde ich schon ungeheuerlich und vor allen Dingen es macht einem auch klar ich meine das vergisst man ja oft man sieht solche Bilder heutzutage fliegen ja Sonden noch und nöcher durchs Sonnensystem durch und dann sind die Planeten sind ja schon alle da und dazwischen ist eben nichts also gar nichts ist überhaupt nichts da die müssen ja mal sich gebildet haben du hast vorhin den Begriff der zirkumstellaren Scheibe benutzt also eine Scheibe die um den Stern herum sich gebildet hat und um den Stern kreist ja um den Stern kreist ich meine das war ja das war ja nie so wie es heute ist die Planeten waren ja meistens also am Anfang waren sie überhaupt nicht da also diese Entstehungsgeschichten sind nach wie vor einfach die aller interessantesten Geschichten in der Astrophysik nur man war halt nie dabei man kann immer nur aus statistischen Argumenten kann man ableiten und namentlich vor allen Dingen aus der Oberfläche von Planeten kann man ableiten was da passiert sein muss und der Mond gibt uns ja nun wirklich mit seiner Oberfläche wirklich hinreichend Hinweise darüber was er alles erlebt hat der arme Kerl das war ja offenbar ziemlich katastrophal denn seine Oberfläche ist ja zernarrt bis zum geht nicht mehr und von diesen Narben erfahren wir allerhand lai eigenartigerweise ich habe ja vor kurzem ein Bild des Mondes gesehen und zwar seine Rückseite die wir ja normalerweise nicht betrachten können sondern die man nur von einem Satelliten aufnehmen kann der den Mond umkreist und ich weiß nicht ob dir das schon aufgefallen ist aber mir kam es so vor als wenn die Rückseite wesentlich mehr Einschläge erlebt hätte als die Vorderseite die wir immer sehen ja der hat halt dem Universum im Wesentlichen immer den Rücken zugekehrt der Mond und da kommen wir jetzt gleich drauf das ist bestraft worden das ist bestraft worden und zwar durch gnadenlose Einschläge nun Leben unter dem Mond dass der Mond das Leben auf der Erde auf vielfältige Weise beeinflusst wird natürlich jedem sofort klar der einmal einen sogenannten Mondkalender zur Hand genommen hat also hier im Studio sind schon überall großes Nicken alle haben natürlich ihren Mondkalender dabei und haben festgestellt dass heute der richtige Tag ist um dieses Ding hier aufzunehmen denn nur unter dem richtigen Mond kann man überhaupt diese von selbsternannten mondkundigen ausgearbeiteten Tabellen geben genaue Anweisungen und Richtlinien was, wo, wann und wie zu tun beziehungsweise zu lassen ist damit der Mensch sein Dasein im Einklang mit dem Mond verbringen und dessen Kräfte nutzen kann das beginnt bei Hinweisen zur Tagesbeschaffenheit zu Liebe, Beruf, Freizeit, Gesundheit, Körperpflege und endet mit Themen wie Haushalt, Garten, Landwirtschaft und Heilkraft von Kräutern so waren beispielsweise für den 20. Oktober 2000 vor 14.44 Uhr Romantik und Zärtlichkeit gefragt ferner wurde empfohlen in die Sauna zu gehen zu schwimmen Familienrat abzuhalten Ausflüge zu machen speziell ans Wasser Familienfeiern und Partys zu veranstalten und sich kreativen Hobbys zu widmen finanzielle Risiken und Spekulationen bitte nach 14.44 Uhr dringend meiden naja also man kann jetzt also zu diesen Dingen stehen wie man will es gibt genügend Leute die sich da es gibt kaum ein Gebiet auf das der Mond sich nicht positiv oder negativ auszuwirken scheint nach diesen Mondkalendern das geht sogar so weit dass für Gehaltsgespräche mit dem Chef günstige Tage und Zeiten aufgelistet mögen diejenigen die diese Regeln befolgen dabei auch hin und wieder ein Erfolgserlebnis haben so drängt sich dennoch der Verdacht auf dass hinter allem weniger das ein oder andere Naturgesetz sondern eher ein hohes Maß an Gewinnstreben steht oder die Hoffnung darauf dass Glaube Berge versetzen kann aus diesem Grund wollen wir hier auch dieses unsichere Terrain des Mondkalenders wieder verlassen und uns den sehr realen Einflüssen des Mondes auf das Geschehen und das Leben auf der Erde zuwenden mit der Astrologie scheinst du nicht allzu viel am Hut zu haben nicht wirklich ich bin unter dem Sternzeichen der Milzwurst geboren ah ja das nehme ich jetzt auf und erzähle zwar nichts über die Milzwurst aber wir sollten wieder leicht ein bisschen real werden und vielleicht fangen wir mal mit diesen Phänomenen an die sich da auf der Erde abspielen und wo der Mond eigentlich dran schuld ist und das erste fällt uns natürlich da Eppe und Flut ein und wer schon mal am Meer gewesen ist und in unserer reisefreudigen Zeit war das ja eigentlich jeder dem ist sicher schon mal aufgefallen dass das Wasser im 6-Stunden-Rhythmus vom Ufer abläuft und dann wieder zurückkehrt und an der Ostsee merkt man von dem her fast überhaupt nichts aber an der Nordsee oder am Atlantik kann sich die Höhe des Meeresspiegels eigentlich ganz beträchtlich verändern und für den Wechsel der Gezeiten ist wesentlich der Mond aber auch im geringen Ausmaß die Sonne verantwortlich und jetzt untersuchen wir doch mal wie es dazu kommt bisher haben wir ja immer gesagt der Mond umrundet die Erde aber das ist genau genommen nicht richtig denn vielmehr dreht sich der Mond um den gemeinsamen Schwerpunkt von Erde und Mond aufgrund der im Verhältnis zum Mond großen Erdmasse liegt dieser Punkt ja noch innerhalb der Erde rund 1700 Kilometer unter der Oberfläche und infolge dieser Rotation erfahren sowohl der Mond als auch die Erde eine Zentrifugalkraft die beide Körper auseinander treiben möchte auf der Erde ist diese Zentrifugalkraft überall gleich groß und immer parallel zur Verbindungslinie Erde, Mond und zwar vom Mond weggerichtet andererseits gibt es ja eine zweite Kraft ziehen sich nämlich auch Erde und Mond aufgrund der Gravitation gegenseitig an das ist doch die Sache mit dem Apfel genau Newton der den verspürt hat aber der einzige Punkt auf der Erde an dem sich nämlich diese beiden Kräfte genau die Waage halten nämlich die Zentrifugalkraft und die Gravitationskraft der liegt genau im Erdmittelpunkt und jetzt jetzt wird es ein bisschen kompliziert aber jetzt müssen wir scharf aufpassen damit wir dem folgen können was ich jetzt erzähle nehmen wir müssen uns zunächst auf zwei Punkte auf der Erdoberfläche konzentrieren und zwar liegen diese beiden Punkte auf der Verbindungslinie Erde Mond und da gibt es den einen Punkt A und der sei der auf dem Mond abgewandten Seite der Erde gelegen und dann den zweiten Punkt B möchte ich mal nennen auf der dem Mond zugewandten Seite der Punkt A hat also einen größeren und der Punkt B einen kleineren Abstand vom Mond als der Erdmittelpunkt und wie wir wissen ändert sich die Anziehungskraft du hast es ja schon mal gesagt umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung das heißt die Anziehungskraft des Mondes ist im Punkt A kleiner und im Punkt B größer als im Erdmittelpunkt der ja genau zwischen den Punkten A und B liegt wenn sich also wie bereits erklärt im Erdmittelpunkt die Zentrifugalkraft und die Anziehungskraft des Mondes genau aufheben so kann das natürlich in den Punkten A und B nicht mehr gelten das heißt im Punkt A ist die Zentrifugalkraft größer als die Anziehungskraft und im Punkt B ist es genau umgekehrt folglich entsteht im Punkt A eine Differenzkraft in Richtung vom Mond weg und in Punkt B eine gleich große Differenzkraft in entgegengesetzter Richtung also auf den Mond zu und für später sollten wir uns noch merken aber das sage ich jetzt nochmal ganz kurz dass diese Differenzkräfte umgekehrt proportional sind zur dritten Potenz des Abstandes zwischen den beiden Körpern also der Erdkörper wird durch diese verschiedenen Kräfte so richtig durch genetet und aufgrund dieser gleich starken aber entgegengesetzt wirkenden Kräfte wird die starre Erdkruste um bis zu ja ungefähr 30 Zentimeter angehoben komplett immer auf der der Mond zugewandten Seite wird die Erde um 30 Zentimeter verformt und wenn sich jetzt diese beiden Punkte die ich eben genannt habe der Punkt A und der Punkt B eben nicht über Land befinden sondern beispielsweise über Wasser so wird eben der Wasserspiegel angehoben und es entsteht ein Flutberg und da Wasser flüssig ist können sich die Wassermoleküle natürlich gegeneinander wesentlich leichter verschieben als Gesteine und somit fällt der Flutberg eben viel höher aus als die entsprechende Erhebung einer starren Erdkruste und damit wäre eigentlich die Ursache für die Flut geklärt aber was ist denn jetzt mit der Eppe kannst du fragen und wenn in den Punkten A und B Flut herrscht dann ist Eppe an den Orten die genau zwischen A und B liegen jeweils ein Viertel des Erdumfangs entfernt also auf der halben Strecke zwischen A und B und eine genaue Analyse der dortigen Verhältnisse zeigt dass hier nur eine Kraft in Richtung auf den Erdmittelpunkt übrig bleibt und da das Wasser natürlich nicht in die Erde hineingedrückt werden kann bleibt ihm nichts anderes übrig als in Richtung auf die Punkte A und B auszuweichen und somit zur Höhe der Flutberge beizutragen und in erster Näherung bilden sich also die Flutberge immer auf den beiden Seiten der Erdoferfläche die genau auf der Verbindungslinie Erde-Mond liegen wogegen die Eppe an den um 90 Grad versetzten Orten herrscht und da sich die Erde aber jetzt in 24 Stunden einmal um die Achse dreht die Flutberge aber immer gleich ausgerichtet bleiben nämlich auf dieser Verbindungslinie Erde-Mond wechseln sich eben an einem festen Ort im Laufe eines Tages Eppe und Flut im Rhythmus von 6 Stunden ab und jetzt habe ich natürlich die Formulierung gebraucht in erster Näherung habe ich gesagt und das habe ich deswegen gesagt weil wir bisher den Einfluss der Sonne auf die Gezeiten einfach total unterschlagen haben aber die ist doch viel weiter weg und aufgrund der sehr viel größeren Masse der Sonne ist ja die Anziehungskraft die die Sonne auf die Erde übt nämlich 179 Mal größer als die des Mondes also man könnte glauben dass die Sonne auf der Erde im Folge dessen auch eine 179 Mal mächtigere Flutwelle hervorrufen muss doch jetzt möchte ich daran erinnern was ich schon gesagt habe was wir uns merken sollen dass nämlich die Differenzkräfte umgekehrt proportional zur dritten Potenz der Entfernung der beiden Körper sind das heißt jetzt aber nichts anderes dass die große Entfernung der Sonne von der Erde weitaus stärker zur Buche schlägt als die gegenüber dem Mond riesige Sonnenmasse die Gezeitenkräfte ausgelöst durch die Sonne sind daher nicht mal halb so groß wie die die der Mond hervorruft und aus diesem Grund überlagern sich den Mondflutwellen auch nur wesentlich schwächere ausgeprägte von der Sonne verursachte Flutberge und das führt letztendlich dazu dass eine geringe örtliche und zeitliche Verschiebung von Eppe und Flut gibt also wenn ich das nächste Mal am Nordseestrand stehe und das Meer ist mal wieder weg dann weiß ich es hat auch von Jörn gehört und hat sich wieder um 90 Grad verschoben wenn es dir wenn es dir auch noch gelingt die Gravitation der Sonne abzuschalten dann schaut die ganze Geschichte ein kleines bisschen nur ein kleines bisschen anders ich werde demnächst daran denken ich werde einfach mal irgendwo stehen bleiben und warten bis der Mond weg ist dann weiß ich also dass dieser Teil der Erde sich um 30 Zentimeter gehoben hat genau das spürst du doch auch oder ist dir das noch nicht aufgefallen das ist ein viel höheres Gefühl na klar erhebendes Gefühl erhebend genau völlig erhebend also ich meine was hat denn das jetzt eigentlich für Konsequenzen dass die Erde unter den Flutbergen hindurch rotiert was macht denn so ein Körper wie die Erde wenn über ihr ständig irgendwelche Flutberge über diesen Planeten hinweg rauschen bei diesem Vorgang ach das ist ein schönes Wort flutschen die Wasserberge ja nicht völlig widerstandslos über die Erde wie mir entsteht dabei eine gewaltige Reibung ist ja klar also das Wasser reibt sich an dem Material über das es fließt ist ja jetzt nicht irgendwie so ein gefließtes Bad sondern es gibt ja jede Menge Oberflächenerscheinungen die das Wasser natürlich in seiner Bewegung massiv abbremsen also das muss man mal sagen dass die Erde eben nicht gefließt ist sondern dass diese Reibung die da stattfindet stattfand stattfindet und in Zukunft stattfinden wird vielleicht ganz wichtig dass diese Reibung Energie verbraucht woher aber diese Energie nehmen nun was macht die Reibung sie bremst sie bremst ja sie bremst die Reibung bremst ab was bremst das heißt aber nichts anderes als dass sich die Rotationsgeschwindigkeit der Erde im Laufe der Zeit zunehmend verlangsamt der Tag auf der Erde ist also länger geworden für den Bremsvorgang ist noch eine andere Geschichte verantwortlich nämlich aufgrund der Reibung des Wassers werden die Flutberge ja wie soll man sagen die werden so mitgeschleppt vom Erd von der Erde folglich befinden sich die aufgetürmten Wassermassen auch nicht mehr genau auf der Verbindungslinie sondern sind ein bisschen in Richtung der Erddrehung gegen diese Linie versetzt aber das ist nicht so wirklich wichtig wieso groß sind denn jetzt nun die Effekte was die Verlangsamung der Erdrotation betrifft so scheint das also zunächst kaum ins Gewicht zu fallen in 100 Jahren wird der Tag nur um rund 1,6 Millisekunden länger merken wir das überhaupt nein nicht wirklich obwohl nein nicht wirklich aber in etwa 225 Millionen Jahren ist der Erdentag bereits von 24 Stunden auf 25 Stunden angewachsen das geht immer weiter so und dann kann man sich natürlich fragen wie das früher gewesen ist wie hat denn nun wie hat denn nun die Erde sich früher früher ausge wie hat sie sich denn abgedreht sozusagen wie hat sie angefangen wie hat sie sich abgedreht da werden wir was willst du mit abgedreht sagen wie langsam ist sie geworden man macht sich doch überhaupt keine Vorstellung meine Güte man steht auf dem Planeten und dieser Planet dreht sich und du merkst nichts davon das ist das komische erstmal merkst du nichts davon und dann sagt dir einer die Erde wird immer langsamer in ihrer Drehung das kann doch überhaupt nicht aber die Leute ja angenommen wir wären ein paar hundert Millionen Jahre alt jeder Mensch würde so lange leben dann hätten wir das natürlich schon gemerkt weil plötzlich müsst du nur an einem Tag hättest du nur fünf Stunden arbeiten müssen und ein paar hundert Millionen Jahre später hättest du sogar sechs Stunden arbeiten müssen die Gewerkschaften hätten sich gefreut oder geärgert jetzt ist natürlich die Frage wenn die Erde also durch diese Reibung durch die Gezeiten immer langsamer wird kommt die irgendwann mal zum Stillstand dreht sich irgendwann überhaupt nicht mehr gibt eine klare Antwort nein denn spätestens dann wenn die Erde für eine Umdrehung genauso lang braucht wie der Mond für einen Umlauf ist das Spiel zu Ende von diesem Zeitpunkt an weist die Erde dem Mond immer die gleiche Seite zu das heißt zwischen Erde und Mond herrscht Korotation die Flutberge werden also nicht mehr gezwungen über die ganze Erde zu schwappen sondern verbleiben vielmehr für immer an einem und demselben Ort genau auf der Verbindungslinie Erde-Mond damit entfallen auch die Kräfte die vorher die Erde abgebremst und den Mond beschleunigt haben das Spiel ist aus und mit dem was du jetzt gesagt hast wird ja auch verständlich warum uns der Mond heute schon stets die gleiche Seite zuwendet denn das was der Erde momentan wieder fährt dass sie abgebremst wird das hat der Mond natürlich auch schon über lange lange Zeit hinweg erleiden müssen aber in einem viel stärkeren Ausmaß denn durch die Gravitation der Erde wurde ja auch auf dem Mond die Gezeiten hervorgerufen und da hat sich zwar nicht das Wasser bewegt sondern die Mondoberfläche ist eigentlich immer nur gehoben und gesenkt worden und aufgrund dieser großen Erdmasse waren aber die Gravitationskräfte viel stärker viel ausgeprägter und somit war auch der Bremseffekt ausgeprägter sodass der Mond eigentlich schon vor sehr sehr langer Zeit zu der was du gerade gesagt hast Korotation gezwungen wurde das heißt jetzt dreht sich der Mond während der Zeit die er für einen Umlauf braucht nur ein einziges Mal um die eigene Achse und in ferner Zukunft wird es ihm die Erde gleichtun denn dann drehen sich beide während eines Mondumlaufs genau einmal um sich selbst nun wenn die Erde in ihrer Rotation fortwährend gebremst wird dann muss ja in der Vergangenheit wenn man zurückrechnet ja wohl auch mal schneller gewesen sein muss sich schneller gedreht haben aber wie schnell und zwar wie schnell das lässt sich aus den Ablagerungen von Korallen und aus der Schichtung von Sedimenten erschließen so hat zum Beispiel im Zeitalter des mittleren Devon also vor ungefähr 370 Millionen Jahren einen Tag nur 22 Stunden gedauert das Jahr bestand also damals als rund 400 Tagen und noch etwas früher vor etwa 900 Millionen Jahren da war der Tag sogar nur 18 Stunden lang und ein Jahr bestand aus ungefähr 200 nein Schmarrn also ungefähr 487 Tagen und das kann man aus den Sedimenten ablesen kannst du das ablesen ja Wahnsinn und wenn wir uns noch weiter in die Frühzeite der Erdgeschichte zurückversetzen dann muss man rechnen was da passiert sein könnte und theoretische Extrapolationen also Zurückrechnungen führen zu dem Ergebnis dass die Erde vor ungefähr ja zwei Milliarden Jahren für eine Umdrehung lediglich fünfeinhalb Stunden gebracht haben soll und wenn das stimmt dann hat der Mond bis heute ja gewaltige Arbeit geleistet du lieber Gott tja wenn wir jetzt noch weiter spekulieren wollen dann müssen wir mal fragen mit welcher Geschwindigkeit sich der Mond von der Erde entfernt hat du hast ja schon gesagt dass sich die Erde immer langsamer dreht weil nämlich durch die Reibung Drehenergie verloren geht und jetzt gibt es natürlich ein Naturgesetz das besagt Drehenergie kann nicht verloren gehen die kann man höchstens auf einen anderen Körper übertragen und in unserem Fall muss ein anderer Körper und es kann nur der Mond sein diese Drehenergie übernehmen ist ja kein anderer da ja eben und was macht er damit er steigt auf eine höhere Bahn und entfernt sich immer weiter von der Erde verstehe und das kann man messen und wie glaubst du dass das ist im Jahr es ist ein messbarer Betrag es sind nämlich 3,8 cm die sich der Mond von der Erde pro Jahr entfernt und wie hat man das gemessen? Damals damals ja damals als die ersten Astronauten auf den Mond gestiegen sind ach die Sache mit dem Laser genau da haben die nämlich einen Spiegel aufgestellt und heute kann man mit einem Laser diesen Spiegel anleuchten und kann die Zeit messen die das Licht braucht um von dem Spiegel wieder auf die Erde zurück reflektiert zu werden und aus dieser Laufzeit kannst du dann ausrechnen wie weit der Mond weg ist das ist übrigens ein weiterer Hinweis darauf dass die Amerikaner in der Tat auf dem Mond waren diese Experimente woher käme der Spiegel? ja nur noch mal als kleiner Hinweis für all die Ungläubigen die immer glauben der Amerikaner ist nie auf dem Mond gewesen aber jetzt sollte man vielleicht mal ein kleines bisschen was erzählen erzählen davon was die Eppe und Flut so alles bedeuten denn das hat ja alles Auswirkungen gehabt nicht also nicht nur dass sich die Erde langsamer dreht und der Mond immer weiter entfernt sondern auf der Erde ist ja was geworden da hat sich ja was ereignet da ist das Leben ja entstanden und hat denn der Mond da irgendwelche Einflüsse auf das Leben? du hast ja schon von dem Mondkalender erzählt aber die Einflüsse auf die du ja jetzt abheben willst glaube ich die sind von ganz anderer Natur also damals gab es noch keine Mondkalender da gab es auch noch nicht mal Menschen die Frage ist ja wie hat es überhaupt die Materie auf unserem Planeten geschafft von diesem unbelebten Zustand zum belebten Zustand zu werden und da glaubt man in der Tat zumindest eine Theorie ist der Meinung dass Ebbe und Flut ganz wesentlich an der Entstehung des Lebens auf der Erde beteiligt waren bei dem Vorgang selber hat man hat praktisch Ebbe und Flut immer wieder Pfützen gebildet da ist ein chemisches sind kleine chemische Laboratorien entstanden wie kann man sich das vorstellen vielleicht so nicht also die Erdoberfläche insbesondere in der Nähe von so einer Küstenlinie die ist ja nicht flach wie ein Brett sondern da gibt es Kuhlen und Senken und wenn die Flut kommt dann überspült die überspült die diese Kuhlen und Senken und wenn die Ebbe wieder wenn es wieder Ebbe wird und das Wasser zurückläuft dann bleibt eben in diesen Kuhlen und Senken ein bisschen was hängen ja und das war natürlich wichtig weil das Wasser war nicht so fürchterlich tief so dass Moleküle sich gleich wieder aufgelöst haben aber es war tief genug so dass die ultraviolette Strahlung die damals übrigens noch in voller Gänse durch die Atmosphäre gedonnert ist denn es gab noch keinen freien Sauerstoff das heißt es gab auch keine Ozonschicht in der Atmosphäre diese ultraviolett Strahlung ist also bis auf die Erdoberfläche geknallt und hätte natürlich in zu flachem Wasser sofort die Moleküle wieder zu schlagen und so glaubt man eben dass die von Ebbe und Flut hervorgerufenen Flachwassergebiete die nicht zu flach waren aber auch nicht zu tief durchaus der Ausgangspunkt gewesen sein können für die ersten chemischen Prozesse die dazu geführt haben dass organische Moleküle bereitgestellt werden das Wichtige an der ganzen Geschichte ist ja dass da diese Lösung sozusagen immer mehr und mehr eingedickt wurde denn das Wasser in den Kuhlen stand ja nicht Zeit da drin dann prallt die Sonne runter dann verdunst ein bisschen was und dann wird das irgendwie konzentrierter und dann kommt die nächste Flut und die spült dann schon wieder ein bisschen was an neuem Wasser mit hinein und da sind ja dann auch wieder solche Elemente vorhanden also das wird immer konzentriert also die Suppe die Ursuppe sage ich jetzt mal aus der das alles entstanden ist die hat sich eigentlich oder muss sich eigentlich in solchen Kuhlen gebildet haben da waren die Reaktionspartner so dicht aneinander weil die Konzentration eben so hoch war dass irgendwann mal Klick gemacht hat das war es ist irgendwie also fast ich habe jetzt irgendwie das Gefühl von Suppenwürfeln also dass man wirklich für diese Ursuppe sind immer so Suppenwürfel oder also die Quintessenz von chemischen Reaktionen hat sich in so einem in so einem Flachwassergebiet da erhalten dann ist es von der Flut wieder zurückgespült worden dann ist wieder was Neues angefangen und wir haben ja Zeit gehabt also es war ja nicht so dass da also gleich alles auf einmal aber das Problem hast du ja auch schon angesprochen nämlich die ultraviolette Strahlung also irgendwann müsste das Zeug ja mal aus diesen Kuhlen weggeschafft worden sein richtig und das kann eigentlich nur über die jeweilige Flut passiert sein wobei also dann die Flut auch nicht so dramatisch gewesen sein darf dass die Moleküle dann auch gleich wieder zerlegt worden sind das ist übrigens ein interessanter Punkt man könnte sich ja die Frage stellen was wäre denn wenn der Mond nicht da wäre und wir haben ja gelernt jetzt der Mond ist dafür verantwortlich dass die Erde sich heute mit 24 Stunden dreht wenn der Mond nicht da wäre dann würde sich die Erde natürlich viel schneller drehen was für Auswirkungen hätte denn das dann werden alle sagen muss ich mich nicht drum kümmern kürzerer Tag die Erde würde sich schneller drehen kürzerer Tag hätten wir eben ein paar hundert Tage im Jahr mehr aber das absolut Irrsinnige ist ja dass die das Klima auf einem Planeten und vor allen Dingen die Wind- und Wassergeschwindigkeiten vor allem erstmal die Windgeschwindigkeiten davon abhängig sind wie schnell das System sich dreht denn die Atmosphäre also das Luftmeer über der Erdoberfläche das spürt ja sehr sehr wohl etwas davon wie schnell der Planet sich dreht und wenn die Erde sich jetzt also wenn der Mond nicht da wäre würde sich die Erde mit neun bis zehn Stunden drehen denn ein bisschen was an Gezeitenkraft hätten wir ja auch wenn der Mond nicht da wäre haben wir ja gelernt die Sonne hätte die Erde ja ein bisschen abgebremst also mit neun bis zehn Stunden und dann würde hier also der Tag neun bis zehn Stunden dauern und wir hätten ein Wetter das sich gewaschen hätte wir hätten nämlich im wahrsten Sinn des Wortes es würde hier nämlich von Winden nur so wehen um es mal so zu sagen ohne den Mond hätten wir hier mittlere Windgeschwindigkeiten von vier bis fünfhundert Stundenkilometer und zwar Dauerwindgeschwindigkeit ich rede nicht über die Stürme die kommen noch da oben drauf sondern nur also Sie sehen jetzt hier nicht meine Handbewegung ich bewege gerade die Faust nach vorne also nur die Dauerwindgeschwindigkeit und was das natürlich auch für Auswirkungen hat wenn Sie sich nochmal ich weiß nicht ob Sie das wissen aber ich sage es Ihnen ja jetzt deswegen Wellen auf dem Meer die kommen ja nicht dadurch zustande dass jemand am Strand sitzt und irgendwie Steinchen ins Meer wirft sondern weil der Wind über der Wasseroberfläche teilweise das Wasser anhebt ja da wird also richtig das Wasser angehoben und auf diese Art und Weise stellen Sie sich mal vor über das Meer läuft ein Wind mit 400 Stundenkilometer stellen Sie sich nur mal einen Moment vor vor Ihrem Geist in Auge die weißen Klippen von Dover werden mit vier bis fünfhundert Stundenkilometern von der Nordsee bombardiert da bleibt kein Auge trocken und wahrscheinlich wären in den Frühphasen der Erde auch keine ja keine Moleküle übrig geblieben denn die mechanische Gewalt die wäre also schon so groß gewesen dass die Moleküle richtig zerschlagen worden wären und wenn es den Mond nicht gäbe das heißt wenn die Erde sich heute tatsächlich so schnell drehen würde wie neun bis zehn Stunden mit den entsprechenden hohen Windgeschwindigkeiten dann wären also die Lebewesen auf diesem Planeten sicherlich in jeder Hinsicht sehr flach ja und das ist ja jetzt eigentlich nur ein Gesichtspunkt nicht etwas was mehr oder minder lokal ist aber es gibt ja wenn man das Klima als Ganzes betrachtet dann muss man sich ja erstmal darüber klar werden wieso haben wir denn überhaupt ein Klima auf der Erde und wir haben ein Klima auf der Erde vornehmlich deswegen weil die Erdachse nämlich geneigt ist die steht ja nicht genau um die sie sich dreht genau die steht ja nicht genau senkrecht auf der Bahn die die Erde um die Sonne beschreibt sondern die ist ja um einen Winkel von ja 23 Grad geneigt und deswegen haben wir ja die Jahreszeiten deswegen gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter tja und jetzt zurück zum Mond eben weil es diesen Mond gibt darum ist die Erdachse über sehr sehr lange Zeit hinweg schon in dieser Position wenn es den Mond nämlich nicht gäbe würde die kippen dann würde die Erdachse kippen genau und zwar würde sie so um plus minus 15 bis 30 Grad im Laufe von einigen zehntausend Jahren dauernd hin und her schwanken das heißt die klimatischen Verhältnisse auf der Erde die würden sich gewaltig ändern und zwar in relativ kurzen Zeiten wir hätten wahrscheinlich einen ziemlich schnellen Wechsel zwischen tropischen Zeiten und Eiszeiten also der Mond der stabilisiert praktisch die Erdachse und dass wir über lange lange Perioden hin und das geht in die Millionen Jahre so ein stabiles Wettergeschehen haben auf der Erde das verdanken wir ausschließlich diesem Trabanten der Wahnsinn also auf jeden Fall kann man ja mal eines festhalten einwandfrei nachgewiesen sind die naturwissenschaftlichen Einflüsse des Mondes und ich finde ich weiß nicht wir finden wenn ich das mal so sagen darf für uns wir finden dass die also weit über das hinausgehen was irgendwelche noch so abstrusen Mondkalender und andere Traktate alles so auflisten also der Mond meine Damen und Herren der ist viel viel wichtiger als Ihnen irgendein Mondexperte von der Kalenderfront mitteilen kann der Mond ist eine ganz wichtige offenbar stellt eine ganz wichtige Bedingung für unsere eigene Existenz da er ist nicht nur unser nächster Nachbar sondern er hat eben wirklich sehr sehr wesentlich auf die Entwicklung des Lebens hier auf unserem Planeten Einfluss genommen gäbe es den Mond nicht so würden wir vermutlich ebenfalls nicht existieren und ich kenne eigentlich keinen schöneren Schluss für diese für dieses Kapitelchen über den Mond als den Rest von Goethes Gedicht an den Mond das da heißt selig wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt einen Freund am Busen hält und mit dem genießt was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht und mit dem